Hallo meine lieben Freunde, ich hoffe ihr hattet eine ganz tolle Feiertagszeit. Normalerweise hatte ich mir eigentlich vorgenommen, nichts zu machen über Weihnachten, aber es ging nicht. Es ging nicht, weil Fritz Meinecke auf mein Video zu 7 vs. Wild reagiert hat. Und ich konnte jetzt nicht anders, als mich sofort hinzusetzen und zu sagen, das gucken wir uns jetzt gemeinsam mal an. Ich bin gespannt und ein bisschen skeptisch. Wir werden sehen, was uns blüht. Ich habe ein bisschen Angst, ich bin auch ehrlicherweise ein bisschen überrascht, dass er darauf reagiert. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass er auf so ein Video reagiert bzw. dass er so prompt reagiert. Aber gut, alles ist Aufmerksamkeit und dementsprechend, man arbeitet ab, was man bekommt sozusagen. So, wollen wir mal uns das reinziehen, ob er mich jetzt komplett zerhaut oder ob er sich freut über die Schützenhilfe irgendwie. Oder ob er völlig neutral bleibt und sich überhaupt nicht angesprochen fühlt. Das kann natürlich auch sein. Dementsprechend, ja, gehen wir da mal rein. Herr Ritter hat vor 16 Stunden ein Video hochgeladen. 7 vs. Wild exposed. Äh, muss ja, ne? Muss ja. Wenn es ein Thema gibt, das interessant ist, muss man da ja rein. Außerdem exposed, so langsam ist dieses Wort mit mir verbunden, aber ich erkläre auch im Video warum. Und was ich davon halte und wie man das bewerten sollte. Ich bin nicht so ganz drin. Ich habe, exposed habe ich öfter schon mal gehört, was heißt, auch nö, schreibt der Chat. Gar kein Bock. Ha, 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 ja, ja, verstehe ich, verstehe ich, verstehe ich ganz gut. Ja, das ist so gut. Hast du Stift im Buch, Triggertitel? Ja, wir gucken mal, wir gucken mal. Ganz kurz aber, ich hatte es eben schon mal gegoogelt, äh, exposed Bedeutung, warte, wir gucken nochmal nach. Hier, Jugendsprache. Ähm, jemanden bloßstellen. Jemanden bloßstellen. Das wäre auf jeden Fall eine negative Lesart, ja. Also klar, ich denke, meistens wird das so benutzt, aber eigentlich ist das ja eher so ein Aufdecken. Ne, also etwas ans Licht der Öffentlichkeit bringen. Ähm, das ist ja sozusagen der, die Art und Weise, wie man das lesen sollte, wenn es um diese Videos geht, ne. Also ist ja jetzt kein Rant, wo ich Leute beleidige, eine halbe Stunde am Stück, ohne, ohne irgendwas zu zeigen, ne. Exposed heißt ja eigentlich ausgesetzt, aber, hä? Also aus, ausgesetzt im Sinne von, oh, das ist aber sehr exposed so, das ist eine sehr, ne. Exponiert, ne, herausstehend sozusagen, das stimmt. So ein Ding, ihr wisst, so. Die Hütte ist sehr exposed wahrscheinlich, ah, die ist sehr ausgesetzt auf den Gipfel oder so, schätze ich mal. Aber eigentlich heißt die mal bloßstellen. Das heißt, der, ne, schaut, Fritz ist halt auch ein, ähm, Sprachexperte. Dunkle Paraderiver hat wahrscheinlich hier brandneue, heiße Informationen für uns gesammelt, recherchiert und aufbereitet, wie Sevenverse White Blows gestellt wird. Jetzt kommen, hoffentlich, ist es ein rotes Thumbnail, 33 Minuten und 30 Sekunden komplette Vernichtung. Ich bin ges... Hoffentlich, ja, hoffen wir. Spannend, der Chat hat Bock, wir... Okay, äh, ja, geil sarkastisch, geil sarkastisch. Ähm, weiß ich nicht, vielleicht kennt ihr jetzt ja, was ich so mache oder nicht. Wir kennen uns ja eigentlich, zumindest flüchtig. Weiß jetzt nicht, ob er sich da dran erinnert. Das war, ich glaube, 2018, da sind wir uns mal über den Weg gelaufen in Berlin bei YouTube und haben ein bisschen geschnackt. Das war damals, als er noch viel so, äh, so Urban Exploring Stuff gemacht hat. Und da war gerade irgendwie so ein krasses Ding gewesen in den Staaten und dann war von YouTube irgendwie zum, ähm, Next Up Artist ernannt worden. Also so, äh, vielversprechender YouTube-Creator. Also in dem Zusammenhang bin ich ihm da mal begegnet. Überraschenderweise stand das Magdeburg-Versus-Halle-Thema gar nicht so sehr zwischen uns. Hatte jetzt nicht so den schlechtesten Eindruck eigentlich. Aber ich denke, er wird sich gar nicht dran erinnern. Gehen rein. Exposed ist im Englischen auch Bezeichnung für Enthüllungsjournalismus. Ach so. Ach so. Okay, es gibt jetzt die große Seven-Versus-White-Enthüllung. Ich bin sehr gespannt. Hahaha. Warum denn so salty? Sehr gespannt. Wir haben alle massiv Glück gehabt mit unserer YouTube-Produktion. Komm, wir machen hier. Spring doch mal aus Helikoptern, es wird schon alles gut gehen. Also es gibt verschiedene Dinge im Display, die einfach schneller töten. Wer faulen der menschlichen Körperteile. Ich bin gespannt, ob wir das Intro am Stück sich anschauen. Oder ob er vorher schon ausrastet. Ich bin gespannt. Ich kann mir gar nicht mehr erinnern. Das ist so krass. Im Worst Case, ruf mir das Militär. Warte, 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 warte. Ha! Ha! Ich wusste es. Na ja, natürlich. Warte, was steht hier? Bei Seven-Versus-White zeigt sich mal wieder, dass Frauen nix können. Das ist aber eine Quatsch-Aussage. Von dieser Aussage möchte ich mich ganz klar distanzieren. Sehr gut, Fritz. Sehr gut. Warte, ich will jetzt die anziehen. Wieso so schnell? Ich will die schon lesen, was die Leute... Das ist dieses Twitter, ne? Oder? Von dem wir alle reden? Seven-Versus-White ist der Beweis, dass Frauen denken, die... Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass Fritz mit Twitter überhaupt nichts am Hut hat, dass er sich das nicht anschaut, dass er nicht weiß, was da über sein Format gesprochen wird. Das würde mich jetzt doch irgendwie überraschen. ...können was, aber einsehen müssen, nicht zu können. Distanziere ich mich von. Ist Quatsch. Millionen Seven-Versus-White-Zuschauer atmen auf. Endlich keine Frauen mehr im Format. Hätte ich völlige Quatschaussagen. Seven-Versus-White ist der Beweis, dass Frauen denken, sie können was... Hä, der kam doch eben schon. Alle Frauen ausgeschieden. Männer sind einfach das bessere Geschlecht und die besseren Menschen. Guck mal, wenn ich das... ...lese, da weiß ich doch schon, warum... ...warum... Jetzt mal ganz kurze Frage in den Chat. Warum ist man denn auf Twitter überhaupt unterwegs? Mittlerweile kann ich das auch nicht beantworten. Es ist wirklich... Also, so ein toxischer Ort geworden. Beziehungsweise war's. Ich hab vor einem Jahr angefangen, Twitter mal wieder zu benutzen, nachdem ich irgendwie 2014 aufgehört hatte, Twitter zu benutzen. Weil ich dachte, das wäre irgendwie sinnvoll, aus journalistischen Gründen, sag ich jetzt mal. Also, dass man schnell einfach über Dinge informiert ist, die passieren. Und ich sag mal so, News, jetzt auch so im Hinblick auf den Angriffskrieg auf die Ukraine. War das durchaus ganz interessant, da ganz schnell dran sein zu können, wenn sich etwas bewegt hat. Natürlich vorsichtig, weil man ja immer nicht weiß, was davon ist tatsächlich dann verifizierbar. Das ist wiederum die Kehrseite von Twitter. Nur weil etwas schnell ist, heißt das ja nicht, dass es richtig ist oder eben wahr. Aber tatsächlich, und das ist etwas, das ich auch sehr schade finde, ich hoffe, das verändert sich jetzt mit der Zeit. Tatsächlich gibt es eben viele Journalisten und viele Politiker, die Twitter und die Diskussion dort tatsächlich ernst nehmen. Und ich glaube, dass sehr viele Themen, wie beispielsweise Cancel Culture, nur deswegen im politischen Diskurs so stark vertreten sind, weil viele Politiker und Journalistinnen glauben, dass es wirklich eine Relevanz hat. Aber das Thema will ich jetzt gar nicht, das Fass will ich jetzt nicht aufmachen. Wobei, hat natürlich jetzt in meiner Videogeschichte mit Fritz auch ein bisschen was, ja, habe ich ja auch was mal veröffentlicht, könnt ihr euch ja auch mal geben. Ich habe das Gefühl, ich bin nicht auf Twitter, ich habe keinen Twitter-Account, ich war noch nie auf Twitter, ich kriege das immer nur über sowas mit, über so Dinger. Warum ist man denn auf Twitter überhaupt? Wofür? Ich habe das Gefühl, das ist so eine reine Plattform, wo die Leute sich auskotzen irgendwie. Kann das sein? Ist das so ein Ding? Ihr löscht meine Nummer in meinem Bein. Senan beschlagnahmt 2,5.000 Pakete Drogen auf der Insel San Jose. Vier wurden festgenommen. Das habe ich mitbekommen. Warum ist was heftig? Das ist so ein fettes Intro. Es ist so polarisierend. Das könnte einfach komplett von der PILD-Zeitung sein. Hallo meine Lieben. Heute möchte ich euch davon erzählen, wie ich Seven vs. Wilde zerstören wollte und gescheitert bin. So, jetzt aber Fritz, komm. Da stelle ich mir schon die Frage, lieber Herr Ritter. Ist das Herr Ritter? Der Dunkle? Der Dunkle ist bestimmt der Vorname. Parabel Ritter ist ein Doppelname. Wir nennen ihn Herrn Ritter. Prinz? Ja, ich habe mich da vertippt damals, als ich es 2012 eingeschrieben habe. Da hätte eigentlich ein Bindestrich sein müssen. Das ist der Nachname, ne? Parabel. Ritter, ne? Ist der Prinz? Schaut der Chat. Also, er erinnert sich nicht daran, dass wir uns schon mal über den Weg gelaufen sind. Okay, alles klar. Herr Ritter, da stelle ich mir die Frage, wo kam denn die Intention her, Seven vs. Wilde zu zerstören? Kommt noch, Fritz. Er wollte es zerstören. Wie, warum? Da frage ich mich über, woran hat er die Leyen? Ritter als Familiennamen ist ein bisschen negativ behaftet. Ja, vor allem, wenn man aus Sachsen-Anhalt kommt, ne? Nö, würde ich jetzt so nicht sagen. Wir bleiben bei Herr Ritter, ne? Mach dich raus aus meiner Leitung, du Birne. Und ich zeige euch, wie man eine Schmutzkampagne aufbaut, aber der Reihe nach. Heute geht es um mein... Boah, ich hoffe, dass mit der Schmutzkampagne bestätigt sie auf mich. What's up? Ein Versagen. Also einmal Selbstzerstörung frei Haus quasi. Frohe Weihnachten. Ich habe extra die Kerzen angezündet. Erinnert ihr euch noch an mein Cancel Culture Video? Ja, oder? In dem Zusammenhang... Hat er es gesehen? Habe ich mir nicht angeguckt. Ich weiß nicht, dass der Herr Ritter mir eine Nachricht geschrieben hat und mit mir darüber sprechen wollte, über das ganze Thema. Und ich habe gesagt, ne, ich habe keinen Bock zu. Ja, Fritz, meine... Genau. War ja auch nur eine Randnotiz, tatsächlich. Ich muss zugeben, ich war ja beim Stern zu dieser Thematik eingeladen, zu einer Podiumsdiskussion. Das kommt jetzt die nächsten Tage auf dem Stern YouTube-Kanal online. Und ich hatte im Vorfeld mir das Cancel Culture Video, das ich selber gemacht habe, nochmal angeschaut und nochmal ganz in Ruhe irgendwie überlegt, dass ich mir das nochmal vergegenwärtige. Das ist ja wie in der Schule, man lernt diesen ganzen Quatsch und formt dann ein Essay draus und präsentiert das dann. Und dann vergisst man natürlich 95% davon wieder, weil es ist einfach viel zu viel Information. Und es ist mir aufgefallen, das Video war auch viel zu kompliziert irgendwie. Also da bin ich selber nicht mehr mitgekommen. Wenn du das aufbereitest und da durchgehst, das konstruierst und über eine Woche quasi diesen Verlauf aufbereitest, verlierst du manchmal den Überblick darüber, wie das für jemanden ist, der neu damit konfrontiert wird. Also da habe ich dann wirklich so gemerkt, Alex, du musst vielleicht ein kleines bisschen weniger viel in eine halbe Stunde reindrücken. Ja, also es fällt mir selber schwer, manchmal mir zu folgen. ...erwähnt. Ihr erinnert euch bestimmt noch vage dran, wegen dieses Instagram-Posts und des Videos. Und das hat mich in den Augen einiger wohl zum Meineke-Jäger gemacht. Es ist eine traurige Welt, in der wir leben, oder? Wo sachliche Argumentation mit Meinung und Kritik mit Hass gleichgesetzt wird. Ständig kriege ich so Kommentare, zerstör mal diesen, zerstör doch mal jenen. Als wäre ich ja der Hitman für den Online-Zorn. Garantiert tödlich und effizient. Gut, ihr könnt jetzt... Habt ihr gesehen, wie der Kopf vom Hitman auf meinen Kopf so übergeschwenkt? Habt ihr gesehen? War cool, ne? Grüße gehen raus an Hatecraft. Mein Designer. Oh, hätte ich auch keinen Bock, ne? Also ich will jetzt nicht sagen, dass ich irgendwie eine geile Community habe, weil mittlerweile ist das natürlich ein absoluter Schmutz geworden. Oh, was? Kann man das so sagen, so? Kann man seiner Community sagen, dass ich schmutze? Wow, okay, krass. Aber es ist halt so, ne? Je größer die Debatte wird und je mehr Menschen da reinkommen, also sobald so ein Video viral geht, wird's übel. Ist mir auch schon aufgefallen. Oft, oft. Beim Body-Positivity-Video war es tatsächlich nicht so. Da war es krass zivilisiert. War aber auch mein meistgeliketer Beitrag ever, glaube ich. Vielleicht waren da einfach alle entspannt. Das kann auch sein. Aber ich glaube, hier bei seiner Serie, da kommt bestimmt jeder vorbei. Und man will ja auch nicht mit jedem befreundet sein, ne? Nicht jetzt Lirt hier im Chat und natürlich auch nicht du hinter der Kamera. Dich meine ich nicht. Aber ihr wisst, wovon ich rede, ne? Da hat sich einiges an Dreck angesammelt. Das ist wie bei der Waschmaschine so ein Flusensieb. Da bleibt halt immer mal was hängen, ne? Aber ist natürlich auch reudig, wenn du dann in deine Kommentare reingehst und dann merkst, boah, ich hab eigentlich eine Community, die nur auf Hass und Hetze aus ist. Und dann liest du da, zerstör mal den, mach mal den fertig. Ist nicht geil eigentlich, oder? Tatsächlich kommt das vielleicht ein bisschen zu drastisch rüber. Man bekommt ja sehr viele Kommentare. Das möchte ich an der Stelle nochmal klarstellen. Man bekommt sehr viele Kommentare, aber ganz spezifisch über Instagram. Ich sag ja, auf Instagram könnt ihr mir schreiben. Da lese ich meistens, wenn ihr mir beispielsweise Ideen schickt. Und deswegen schreiben ja einige Leute ziemlich lange Texte mit Links tatsächlich teilweise zu Themen oder Personen, die ich mir mal anschauen sollte und die ich mal zerstören sollte. Also, literally zerstören sollte. Und das ist dann teilweise echt so, wo ich sage, manchmal sind es wirklich wichtige und gute Punkte. Manchmal ist es echt so eine Art, weiß ich nicht, Hexenjagd. Dementsprechend bin ich jetzt natürlich der große Filter, der dann sagt, so 99,5% davon fallen einfach unter den Tisch. Und bei 0,5% entsteht dann vielleicht so ein Skript. Weil ich dann sehe, genau hier ist jetzt, glaube ich, der Punkt, wo man angreifen sollte. Da hätte ich keinen Bock drauf. Natürlich nicht wissen, ob ich unter dieser ganzen Wolle hier einen Strichcode habe oder vielleicht so einen Klinkenanschluss wie bei Matrix. Spaß beiseite. Ich sah es ja immer wieder. Aus großer Reichweite. Ich habe da übrigens als Zweitperspektive eine andere Kamera genommen mit einem anderen Objektiv, dass von der Qualitätsstufe, also die Kamera ist dieselbe, nur das Objektiv ist eine Qualitätsstufe drunter sozusagen. Und es sieht einfach komplett kaputt aus. Ich ärgere mich so, dass ich da nicht einfach mit demselben Objektiv gearbeitet habe. Aber immer wenn man rumspielt, ich wollte das letzte Video dieses Jahr ein bisschen spaßiger mit so ein bisschen dramaturgischen Elementen gestalten. Sobald du da ein bisschen rumspielst, geht es schief. Es ist immer dasselbe. Es ist eigentlich schlimm, dass man sich so Sprüche aus Comicbüchern so in sein Gedächtnis einhämmert. Social Media immer solche Extreme fordert. Gerade weil man das eben so übel ausnutzen kann. Das Bild sieht so kacke aus. Und gerade weil wir über Cancel Culture gesprochen haben, im Zusammenhang mit Fritz, zeige ich euch an diesem Beispiel, wie man etwas canceln könnte, wenn man keine Verantwortlichkeit verspürt. Kapitel 1. Geld, Geld, Geld. Okay. Ja, natürlich haben ich permanent Nachrichten erreicht, ja. Alex, ganz YouTube-Deutschland, spricht über Seven vs. Wild. Ich will nichts sagen, aber ich glaube, das sind leere Briefumschläge. Ja, so nicht, mein Freund. Herr Ritter, so nicht. Witz, das war der Witz da dran. Das ist eine Satire. Da ist gar nichts drin. Natürlich ist da nichts drin. Wer schreibt denn heutzutage noch Briefe an YouTuber? Ich habe 2013, 2014, habe ich noch irgendwie Fanpost gekriegt. Die Zeiten sind vorbei. Das sehe ich. Jede Berufsgruppe hat einen spezifischen Grund. Da ist nichts drin. Er verarscht uns. Nein, natürlich verarsche ich euch. Exposed. Wir exposen jetzt mal. Und da drauf zu reagieren. Boah, wenn Fritz Meineke mich exposen würde, das wäre lustig. Das wäre lustig. Das würde ich feiern. Reagieren. Warum du nicht, Alex? Außer es würde bedeuten, ich müsste bei der nächsten Staffel Seven vs. Wild mitmachen. Da bin ich ganz ehrlich. Das traue ich mir nicht zu. Also ich denke, ich würde es irgendwie schaffen und überleben. Ja, alles kein Thema. Ich habe... Also diese Komfortzone, ne? Ich will da eigentlich gar nicht raus, ne? Gibt es denn gerade überhaupt ein Thema, das wichtiger ist als Seven vs. Wild? Ganz ehrlich, es kotzt mich an, dass irgendetwas so populär wird, dass man überall damit belästigt wird. Dass man dem gar nicht mehr entkommen kann. Das tut mir auch mal leid. Das tut mir wirklich sehr leid, dass mit diesem Projekt mal ganz kurz... Ja, ach der Arme, Mensch, der Chat schreibt es auch. Das ist wirklich... Da möchte ich mich auch nochmal in aller Höfigkeit für entschuldigen. Danke, danke. Es tut mir leid, das war nicht unser Ziel, da irgendjemanden mit zu belästigen. Ja, und so viele eigentlich ganz gute Konzepte... Es ist in Ordnung, ist in Ordnung, weil im Endeffekt habe ich ihn ja jetzt mit meinem Video belästigt. Ich glaube, das gleicht das dann schon wieder aus. ...und Phänomene werden, sobald sie die Masse, ja, diesen ganz großen Mainstream erreichen, einfach kacke. Übrigens, das, was ich da so aufbereitet habe, ist im Endeffekt ein Blick in meinen Kopf mit 18, 19, 20, als ich voll der harte Black Metal Fan war und eigentlich alles komplett grundsätzlich abgelehnt habe, was Mainstream war. Also wirklich so von ganzem Herzen alles, das irgendwie zu Erfolg führt in der Öffentlichkeit, verabscheut habe. Weiß ich nicht. Ich habe es noch nicht so richtig verstanden, warum man so drauf ist. Vielleicht einfach, weil man in seinem Leben sehr viel Ablehnung bekommen hat von dieser Majorität und deswegen sich selbst in der Verneinung der Masse irgendwie selbst definiert. Ich denke, das steckt da dahinter. Ich habe also angefangen, weniger Seven vs. Wild zu beobachten, als vielmehr meine Kollegen und Kolleginnen. Denn hier lag offensichtlich Geld auf der Straße, ja, für zwei Monate war klar... Oh, jetzt kommt der Flex! ...extra Geld für Reaction-Streamer. Ohne Zusatzarbeit, ohne Mehraufwand, ohne Invest. Einfach, einfach ein bisschen Weihnachtsgeld. Ja, und schon alleine deswegen, weil so viele an der Zweitverwertung verdienen, werden sich... Das finde ich, aber das ist tatsächlich so der Punkt, wo ich mir so denke, schade. Jetzt mal Real Talk, ich fände es einfach richtig gut und richtig wichtig, wenn die originären Formate einen Share, ich sage mal 50% von den Einnahmen bekommen. Ja, also wenn man überlegt, dass, weiß ich nicht, bei Seven vs. Wild eine halbe, eine dreiviertel Million Produktionskosten sind und man jetzt hier zigtausende Euros auf diesen Nacken persönlich verdienen kann als Reaction-Streamer, dann sollte man wenigstens die Hälfte davon irgendwie abgeben. Ich weiß nicht, warum das überhaupt noch geduldet wird in Deutschland. Ich meine, ich bediene mich dieser Funktion jetzt langsam auch, um mich damit quer zu finanzieren, weil es eben immer noch nicht sich in diese Richtung bewegt, dass du als Person die originären Content produziert, produzierst, dass du da diese Unterstützung bekommst. Aber de facto ist es, wenn es nicht wirklich stark kommentiert oder stark bearbeitet ist, schon etwas, wo ich sage, Urheberrecht? Schwierig, rein rechtlich. Alle schön zurückhalten, Kritik zu äußern. Nee, nee, das war mir zu billig. Keine Reaction, keine Analyse. Ich fand das halt einfach irgendwie würdelos. Nö, da mache ich nicht mit. Das ist mir nicht Antikultur genug. Und so. Ihr habt den Witz gemerkt, weil ich dann in diesem Reaction-Setup saß und fand das witzig. Aber ich glaube, Fritz hat das auch nicht so. Habt ihr das mitgekriegt? Wie findet ihr es bis jetzt so? Ich bin mir ein bisschen unsicher, ob er jetzt eigentlich verstanden hat, dass ich ihm, also dass ich eigentlich ihm irgendwie so zur Seite springe, so indirekt. Das ist wirklich schlimm. Also ich stehe ja morgens immer erst auf, nachdem ich so alle möglichen Nachrichtenportale durchfahre. Ich habe irgendwie zehn verschiedene Zeitungen abonniert und die Apps auf dem Handy und da gehe ich das immer alles durch. Und dann habe ich noch diese Feedreader, wo dann auch Sachen reingespült werden, die ich jetzt nicht abonniert oder bezahlt habe. Und da sind teilweise so krasse, verzernte Überschriften. Also in den Beiträgen dann geht es dann meistens, aber die Überschriften. Und wir wissen ja, 60 Prozent der Leute lesen nur die Überschrift und nicht den Artikel. Und das macht was mit der Wahrnehmung eines Themas, mit der Öffentlichkeit, mit der öffentlichen Wahrnehmung von etwas. Und deswegen war mir das wichtig, das mal an der Stelle zu erwähnen. Nitten. Was für eine provokante Nacktszene wurde lautlich. Merkwürdige Entdeckung. Fritz, du kannst mir nicht erzählen, dass du das überhaupt nicht mitkriegst. Influencer Survival Show wird zur Enttäuschung. Also wenn Respekt, Respekt, ich könnte das nicht. Wenn da draußen über mich und meine Formate überall geredet werden würde, ich würde da gar nicht weggucken können irgendwie. In Sicht. Okay. Wieder brandeten so kleinere oder größere Kritikwellen an, an der Küste von Seven vs. Wild. Ja, und was soll man sagen? So heiß wie das Thema war, da klickte jeder Artikel gut. Und jede Meldung, so klein sie noch war, war es wert, irgendwie verwertet zu werden. Na klar, weil alle schön ein bisschen am Kuchen knabbern wollten. Mensch, es ist doch kein Problem. Der Papa hat im November und Dezember hier ein bisschen Weihnachtsgeld beschert. Jeder hat ein bisschen was gesammelt. Jeder hat ein bisschen was gemacht. Ist doch völlig fein. Und der Herr Ritter geht ja auch mit rein im Dezember. Da nehmen wir den CPM aber auch nochmal mit hier. Na klar. Naja, also Entschuldigung. Entschuldigung. Ist doch richtig. Die Frage ist halt nur, wie machst du es? Machst du es quasi ohne eigenen Anteil, machst du es ohne damit einen originären Content zu verbreiten, etwas Wichtiges von Bedeutung zu sagen? Oder versuchst du, um dieses ganze Thema drumherum und über den Hintergrund und die Meta-Ebene eben etwas zu verarbeiten? Und das ist ja immer mein Anspruch. Auf der einen Seite brauchst du ja die aktuellen Themen, weil Dinge, die gerade nicht aktuell sind, sind für die Menschen einfach non-existent. Das ist auch etwas, das ich dieses Jahr leider feststellen musste. Ich habe ja zwei Videos zum Thema Taiwan und chinesische Außenpolitik gemacht. Könnt ihr vergessen. Das hat halt keinen interessiert. Und das waren halt drei, vier Wochen Arbeit, die ich da reingesteckt habe. Und da habe ich mir gesagt, ey, nee, sorry, aber das mache ich nicht nochmal. Also nicht in dieser Form und nicht mit einem wirklich aktuellen Aufhänger. Und am Ende war das meiste Clickbait bis hin zu straighter Fehlinformationen. Samus White Cutter packt über Videos aus. Jede SD-Karte vollgeknallt. Haha, du kannst dir nicht vorstellen. Überleg mal, aus jedem Scheiß schreiben die irgendwas zusammen, Alter. Cutter packt aus. Jede SD-Karte vollgeknallt. Oh mein Gott, oh mein Gott, das muss ich lesen, Alter. Ist halt echt ehrlos, ne? Alter, ist ja überkrass. Der packt aus, Alter. Heftig. Heftige Information. Ähm, aber irgendwie widerspricht das gerade. Er redet gerade so ein bisschen über Clickbait. Ich bin jetzt mal gespannt, weil er redet gerade darüber, dass es ihn ankotzt und Clickbait und jeder macht irgendeinen Scheiß. Aber er selber macht jetzt ein Video Seven Wurz White Exposed. Exposed. Fritz? Kommst du drauf? Exposed, wo ja Exposed heißt, er zerstört's jetzt. So mäßig. Nein. Dann hieße es die Zerstörung von Seven Wurz White. Mal gucken. Also ich hoffe, da kommt noch eine Zerstörung, weil sonst wäre ja genau das Clickbait, was du gerade machst und das, was du gerade bemängelst. Also es wäre ja quasi eine Selbstzerstörung, die er gerade gemacht hat. Das ist aber actually auch das, was ich am Anfang gesagt habe. Und nach immer mehr und mehr scheinbar kritischen Über... Ist das der wahre Grund, wieso Spoiler kaum zu sehen war? Was? 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 Serienfuchs? Autor Julia Schmidt? Ich verstehe es schon wieder nicht. So, Wiles Staffel 2. Ist das der wahre Grund, wieso Spoiler kaum zu sehen war? War? Komm, hör auf. Ich lade. Ich raff's nicht. Überschriften und reißerischen Aufmachern habe ich auch wirklich... Nach Ausstieg bei Seven Wurz White Zuschauer wüten. Erklärung schwach. Geil, ich hab das gar nicht mitbekommen. Ist doch mal geil. Breaking News. Volle SD-Karten. Für was sie gemacht wurden. Ja, ist heftig. Geil, geil, geil. Jeder geht nochmal rein, wirklich. Jeder spitzelt nochmal rein. Jeder will nochmal einen Finger reinstecken. Egal wie voll. Einer geht noch. ...gefangen zu glauben, dass man sich da mal reinbegeben müsste. Und von vielen Seiten erhielt ich gerade nach meinem Beitrag zur toxischen Männlichkeit den Hinweis... Ah, toxische Männlichkeit, das war das, wo Joe Vogel zu Gast war, oder? Wo der Beitrag mit dabei war, ne? Naja. Seven vs. Wild dahingehend mal zu analysieren. Ja, nach der Toxizität... Hat der auf das Video reagiert? Hatte ich gar nicht mitgekriegt. ...Tät sozusagen. Ja, okay. Und da waren gerade die Krokodilbilder sehr prominent. Und da dachte ich mir, das könnte allerdings ein Punkt sein. Das habe ich noch gar nicht so richtig bedacht. Und ich habe mich anstecken lassen. Ich hatte quasi plötzlich ein Ziel. Ich hatte die Fährte aufgenommen. Und ich holte mir sogar Unterstützung bei der Recherche, also sprich jemand, der bereit war, Seven vs. Wilds Teile nach konkreten Zitaten und Stellen zu durchforsten, die man dann in den fließenden Text einfügen kann zur Untermaurung der Aussagen zur Analyse der Toxizität oder... Also an der Stelle merkt man, es ist halt ein Meta-Video. Also ich beziehe mich ja eigentlich eher auf Werkzeuge, deren man sich bedient, um solche Beiträge entsprechend oder solche Themen entsprechend aufzudröseln und zu verarbeiten. Und versuche zu erklären, nur falls ihr das jetzt noch nicht so richtig mitbekommen habt, worum es eigentlich geht. Versuche das aufzuarbeiten, wie in der Presse oder wie journalistisch solche Themen monothematisch sich irgendwann verrennen können. Gerade wenn es darum geht, solche Hypes zu nutzen, um Klicks oder Geld oder Aufmerksamkeit zu generieren. Oder ähnlichen Dingen. Er ist jetzt auf der Suche nach der Toxizität? Er hatte ein Ziel. Was für ein Ziel hat er jetzt? Er ist auf der Suche nach der Toxizität. Also quasi, wenn jetzt... Er wollte, lass laufen. Ich verstehe nur Bahnhof. Er sucht Joe Vogel? Ich bin schon wieder verwirrt. Ich habe das Gefühl, dass ich die meisten Leute einfach mit meinen Beiträgen verwirre. Wieso? Also irgendwie, ich gucke mir diese Videos an und ich bin zur Hälfte nur verwirrt und verstehe es immer nicht. Ich checke ihn gerade nicht. Er wollte, glaube ich, dieses Statement über dem Artikel nachrecherchieren. Okay, seit Montag wird es von Tag zu Tag cringiger. Wir gehen da voll rein, Leute. Aber irgendwie, irgendwie erschloss ich mir das während der Recherche nicht. Das wirkte irgendwie auf mich konstruiert. Klartext, Leute. Ich hätte auch einfach sagen können, ja hier, da hat die Toxizität der Gesellschaft das und das bei den Jungs verursacht. Uiuiuiui, kritisch. Fritz Meine gemacht hat durch die Gesellschaft und eure Kinder noch toxischer. Seth vs. Wild ist reaktiver Bullshit. Auf diesen extremen Punkt hätte man es runterführen können, auch wenn die Sendung Toxizität nicht feiert. Ich verstehe es leider nicht, echt nicht. Schade. Schade, das war jetzt eigentlich so der Moment, wo er eigentlich so die Erkenntnis hätte einsetzen sollen. So von wegen, ach übrigens, das ist ja ein Kritikformat, also ein Exposed an die Leute, die Dinge einfach nur zerstören, um Aufmerksamkeit zu generieren. So, ne, ohne Hand und, also ohne, dass es Hand und Fuß hat. Aber er hat mich nicht verstanden. Deswegen glaubt er jetzt nach wie vor, dass ich ihn und sein Format zerstören will. Ich, ich, ich verstehe es nicht. Ich kann, ich kann, irgendwie, ich höre zu, ich verstehe die Worte. Das geht mir aber nicht, ich weiß nicht. Oder ich bin irgendwie, ich bin hängen geblieben irgendwo. Ich bin noch auf der Insel mit dem Kopf. Ich höre zu, ich höre Worte, aber ich kriege sie irgendwie nicht, ich verstehe es nicht. Ja, das sagen, glaube ich, viele, die mich kennen. Er redet, er redet immer, immer ist er nur am Reden, aber ich habe keine Ahnung, was er von mir will. Das ist wie damals in der Schule, ich fühle mich wirklich wie damals in der Schule teilweise. Ha! Ich höre hin, denke mir so, ja, ja, ich verstehe jedes einzelne Wort, aber ich kriege die Zusammenhänge ergeben irgendwie keinen Sinn in meinem Leben. Das liegt vermutlich am Studium. Ich hätte, ich habe es, ne, ich habe nun mal Gymnasialehramt studiert. Da, da lernst du das hochgetraben auszudrücken. Berufskrankheit. Im Kopf. Easy Klicks, easy money. Das hätte super polarisiert und ich glaube, das hätte ich argumentativ auch hinbekommen, sodass es schlüssig ist. Ziemlich sicher. Und das macht mir Angst. Da bin ich ganz ehrlich. Und gerade, weil ich bei dieser Recherche diese Erfahrung gemacht habe, wollte ich das unbedingt mit euch teilen. Kapitel 2 Verantwortung. Okay, wir lassen jetzt mal Kapitel 2 komplett laufen, weil Kapitel 1 bin ich sehr viel reingegangen. Ich habe es aber leider nicht verstanden. Kann mir einer mal ganz kurz... Vielleicht war es zu viel reingehen. Also ich kenne das beispielsweise in den Reactions, wenn ich mich sehr auf den Chat konzentriere, dass ich oftmals einfach die entscheidenden Sätze verpasse. Also dass man einfach gerade da, wo es wichtig wäre zuzuhören, in einem Satz ist. Ich kann beispielsweise nicht beides. Ich kann nicht zuhören und lesen. Gleichzeitig kann ich nicht. Oder schreiben und zuhören. Bin ich dysfunktional an der Stelle. Daran kann es halt liegen. Kurz zusammenfassen. Was war jetzt... Worum ging es jetzt in Kapitel 1? Was war jetzt die Aussage? Was? Ich habe es nicht verstanden. Er dachte, er findet Punkte, die dann Hate rechtfertigen, aber hat dann verstanden, dass das nicht aufgeht. Du musst es laufen lassen. Clickbait? Der Typ hat... Hä? Ich glaube, er will sagen, dass man, wenn man will, alles negativ machen kann und schlecht reden kann, aber es eben nicht immer sinnvoll ist. Gut. Naja, seht ihr, das ist das Schöne daran, wenn man den Chat nebenbei laufen hat, die können es einem dann vielleicht auch einfach erklären. Ja, er wollte dich fronten, aber hat gemerkt, dass du cool bist? Hm, okay. Kennt ihr die Simpsons-Folge, wo Homer mit dem Hund spricht und der Hund blablabla steht? Ist das auch nicht böse? Danke. Also ich bin jetzt Homer und er ist der Hund, oder was? Danke. Jetzt einfach beide, jetzt einfach beide hier gefrontet mit einem Kommentar. Das war eigentlich, das war ein Premium-Kommentar. Einfach zwei Leute gleichzeitig gefrontet. Nice. Nice, wirklich. Ey, wie smart. Verstehe das nicht falsch. Ich, 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 diese Reaktion, die ich hier auch bei den anderen, sag mal, dieses mache ich nicht, um jetzt irgendwie dumm zu machen. Ich versuche, ich konzentriere mich, aber ich verstehe viele Sachen einfach nicht. Wir gucken jetzt mal Kapitel 2 ohne unterbrechen. Und dann versuche ich mal ein Fazit zu ziehen, okay? So, dann mache ich mir jetzt hier erstmal einen entspannten Tee. So, und gucke mal, ob er es schafft, nicht drauf zu reagieren. Okay. Konzentration. Wie in der Schule jetzt. Der Kritiker hat. Es ist halt wirklich so. Es ist halt, es tut mir leid. Ich weiß nicht. Ich habe mich dagegen entschieden, Lehrer zu sein. Und trotzdem bin ich Lehrer irgendwie. Keine Ahnung. Ist es wirklich so? Ist das der Eindruck, den ihr von mir bekommt? Bin ich für euch trotzdem ein Lehrer in diesen Videos? Ich meine, dass ich das nicht schaffe, cool zu sein. Das ist mir schon bewusst so. Das habe ich akzeptiert. Deswegen habe ich mir so einen entsprechenden altbackenen Hintergrund gemacht. Dass es zumindest gediegen ist. Immer die Verantwortung zu checken. Ist das, was ich gerade tue, verhältnismäßig? Und vor allen Dingen, ist das noch fair? Und man hätte da auch einfach weitermachen können. Ich hätte einfach sagen können, dass wer möchte, Seven vs. Wild zu einem Kampf der Geschlechter machen kann. Nach dem Ausstieg beider Frauen passierte, was eigentlich zu erwarten war. Das Netz wurde mit frauenfeindlichen Statements gefotet. Aha. Kontakt schuld. Wer solche Leute anzieht. Das ist halt immer so das Argument. Die Fans sind entsprechend misogyn, scheiße, gefährlich, whatever. Also ist der, der diese Fans anzieht, automatisch auch gefährlich und misogyn und so weiter und so fort. Das ist nicht konkurrent. Es ist durchaus so, dass es Inhalte gibt, die das befördern. Und es gibt Inhalte, die einfach nur in dieses Raster der Interessen dieser Person mit reinfallen, aber nicht aktiv schuld an so einem Verhalten sind. Oder dieses Verhalten rechtfertigen oder unterstützen oder gutheißen. Der hat es doch provoziert, oder? Ich kann eben übrigens immer noch nicht dringen. Ich würde mir jetzt einfach komplett die Schnauze verbrennen und dann kann ich nicht mehr reagieren auf diese Reaktion her. Und schon im Vorfeld mehrten sich die Meinungen, dass die Stream-Inhalte gezielt so geschnitten waren, dass die beiden Frauen in einem schlechteren Licht dargestellt werden. Es wurden sogar Tabellen. Fritts Gesicht gerade. Die ganze Zeit. Tabellen erstellt, wie viel Screentime wer in jeder Sendung bekam. Zack! Das erwähnen, Tabellen ins Video packen. Sorry, dass ich jetzt unterbreche. Ich will nur mal kurz reingucken. Ich wusste es. Das kriege ich so schnell nicht auf. Will ich vielleicht ganz kurz eine Sache zu sagen. Die Screentime-Geschichten waren Staffel 1 so, waren Staffel 2 so. Könnte Maxi anders sagen. Wer viel filmt und viel unterschiedlichen Content bringt, der kriegt natürlich auch mehr Screentime. Wenn jemand quasi wenig macht, wenig filmt, nur gleiche Sachen filmt, der kriegt weniger Screentime. Ganz einfach. Also es ist halt völlig logisch. Vor allen Dingen, was die Inhalte sind, die dargestellt werden. Wenn es spannend ist oder wenn es gut verarbeitbar ist. Logisch kriegt man da mehr Content raus. Ganz simples System. Du, du, du sagen und ein weiterer Treffer gegen das Format. Man hätte das einfach als Beweis benutzen können, dass Seven vs. White toxisch ist und Frauenhass fördert. Was meint ihr? Hätte es schon ein schlechtes Licht auf die Sendung geworfen, oder? Ich will nicht unter... Ich weiß, er... Jetzt unterbreche ich wieder. Aber er sagt quasi die ganze Zeit, was man hätte machen können, das hätte man machen können, das hätte man machen können. Aber er macht es quasi nicht. Obwohl er es ja indirekt anspricht. Man könnte, man könnte... Naja, irgendwie... Aber sind wir mal ehrlich. Das ist doch der Punkt. Ich glaube, er erwartet einfach zu sehr, dass er von mir Hate gedrückt bekommt. Weil er vermutlich einfach auch das von dem Video, das hat er im Hinterkopf. Er hat ja gesagt, er hat es sich nicht angeguckt. Aber er hatte ja gesehen, dass ich ihn da mit Cancel Culture in Verbindung gebracht habe. Ich denke, er hat einfach vom Grundsätzlichen... Also er hat von Anfang an halt so damit gerechnet, jetzt kommt hier irgendein Bullshit von mir. Aber so einfach ist es nicht. Gar nicht wissen. Wir kennen das Rohmaterial gar nicht. Klar liefert Knossi den meisten Content. Ist ja auch Profi-Entertainer. Hat die Sendung Frauenfeindlichkeit propagiert? Ich denke nicht. Sind sie verantwortlich für die Kommentare, die abgegeben werden? Auch nicht. Danke! Mal zwei Aussagen, die ich fühle. Und die ich auch verstehe. Okay, ja. Also es ist ja immer so ein Punkt. Du schmeißt was rein. Was die Leute daraus machen, was irgendwelche Leute daraus schreiben, was irgendwelche Kommentare erzeugen, hast du ja keinen Einfluss drauf. Da sind keine Ahnung 11, 12, 15, 30.000 Kommentare. Als ob da noch jemand durchsieht. Zu einem Argument zu machen, das wäre absurder als die Killerspiel-Debatte. Puh. Gut, dass ich das nochmal erkannt habe. Thema vom Tisch. Alles nochmal gut gegangen. Aber Moment, 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 Moment. Nee, nee. Okay, also wir sind jetzt quasi am Punkt des Videos, wo ich die ganzen Themen aufgezählt habe, die problematisch sein könnten. Und derer sich viele in Artikeln und so weiter und so fort bedient haben. Und jetzt kommt der einzige wirkliche Kritikpunkt meinerseits, nämlich die Fahrlässigkeit dieser Situation mit der Insel im Endeffekt. Als Schauplatz. Und jetzt an diesem Punkt hat Fritz gemerkt, dass ich ihn eigentlich gar nicht kritisiere. Aber jetzt kritisiere ich ihn so ein bisschen. Ihr werdet es ja gleich sehen, wenn ihr das Video noch nicht gesehen haben solltet. Und werdet ihr das gleich erfahren. Und das wird jetzt diese Erkenntnis wieder komplett zunichte machen. Ich glaube, der Mann hat am Ende nur noch Fragezeichen in den Augen. Irgendwie, irgendwie hatte ich trotzdem noch ein schlechtes Gefühl. Ja, so aus Produzentensicht vielleicht. Denn was immer wieder erwähnt wird, wenn über Seven vs. White gesprochen wird, ist, dass es so einfallsreich und so kreativ sei. Ja, quasi noch nie da gewesen. Oh, oh, jetzt, oh, jetzt kommt's. Jetzt, jetzt, jetzt wird er bestimmt sauer. Auch nicht im Fernsehen. Beispiel. Nee. Das kreativste, was das deutsche Fernsehen derzeit zu bieten hat, läuft nicht im Fernsehen. Für das YouTube-Format Seven vs. White haben sich zum zweiten Mal sieben Kandidaten für sieben Tage in die freiwillige Isolation der Wildnis begeben. Das Ergebnis ist ein mediales Phänomen. Schon wieder. Das kreativste, das das deutsche Fernsehen derzeit zu bieten hat, läuft nicht im Fernsehen. Herr Schüller beweist, wie kurzsichtig der deutsche Konsument ist. Denn das ist leider falsch. Denn Seven vs. White ist im Grunde... Ich sollte an dieser Stelle eigentlich sagen, Herr Schüller beweist, wie kurzsichtig der deutsche Journalist gemeinhin ist. Oder ein Großteil der deutschen, der Riege deutscher Journalisten. Das ist mir zum ersten Mal aufgefallen, als ich zu dem Uber-Thema recherchiert habe. Und viel mit den Ursprungsquellen und viel mit ausländischen Quellen gearbeitet habe. Also ich habe fast ausschließlich mit ausländischen Quellen gearbeitet. Und die waren so viel, ja, ich sage mal, verständiger. Die haben den Gesamtzusammenhang verstanden im Vergleich zu vielen, die in, also wirklich in den großen und auch eigentlich trustworthy Quellen, ob es jetzt SZ sei oder in der Zeit oder im Spiegel oder so, haben so viel mehr verstanden, wie die Zusammenhänge sind und so viel mehr Details auch verarbeitet. Und da ist mir zum ersten Mal so richtig aufgefallen, kann es sein, dass der deutsche Journalismus oft nur ein nicht so tolles Wiederkäuen von gut gemachten Inhalten ist? Oft ist das leider wirklich der Fall. Und deswegen lese ich sehr viel jetzt mittlerweile wirklich so die Quellen, die die dann wiederum benutzen, um ihre eigenen Inhalte dann zu machen. Und versucht dadurch irgendwie mehr Inhalt in meinem zu verarbeiten. Aber das ist, wie gesagt, immer so eine Einschätzungsfrage. Das ist jetzt auch viel zu sehr aus meinem Kopf wieder. Gehen wir wieder hier rein. Im Grunde die Do-It-Yourself-Kopie der Serie Alone. Diese Serie startete 2017 und wurde ein Hit. Sie hat mittlerweile neun Staffeln begonnen. Guck mal, also ich hätte jetzt gedacht, dass ich Ihnen das irgendwie anpissen würde, aber nö. Also scheinbar ist es auch kein Geheimnis, also es ist ein offenes Geheimnis, überhaupt gar kein Geheimnis. Bestes Survival-Format, wisst ihr? Die Leute, die bei mir im Chat sind, die mich kennen, wissen auch, dass Alone quasi die Grundlage von der ganzen Sache war. Definitiv, ja. In der Survival-Szene, da kennt man die. Ja, und das ist ja auch fantastisch. Es gibt ja nun mal keine Möglichkeit, dass die deutsche Entertainment-Branche irgendwas Neues entwickelt, was nicht schon in den Vereinigten Staaten irgendwie so umgesetzt geplant oder gelaufen ist, weil die Branche ist so viel größer und patenter und reicher als das, was wir hier in Deutschland zustande kriegen. Also klar ist es dann leider oftmals nicht sehr originär, aber es kann trotzdem gut sein. Ja, und daran bedient sich eigentlich fast jeder, so, der in diesem Biss unterwegs ist, ja. Sei es nun Fritz, sei ich es jetzt irgendwie. Es gibt aus dem deutschen Markt eigentlich fast nichts, was neu ist. Die Serie ja auch relativ gut. Die läuft sogar auf demselben Sender, auf dem auch die Sendung mit Fritz und Wiegald Boning lief, dem History-Channel. Und das weiß man sogar in Seven vs. Wild-Foren. Das dauert literally 20 Sekunden, das herauszufinden. Aber, hey, es geht ja... Da hat der Fritz sich schon sehr stark bei Lombin. Ja, klar, haben wir doch schon immer so kommuniziert. Ich bin ein absoluter... Und das müsst ihr euch mal vorstellen, es überrascht mich jetzt gerade, dass es tatsächlich so transparent auch immer wieder kommuniziert wird, scheinbar, wenn Fritz das so sagt. Weil es das ja noch trauriger macht, dass Journalisten, die gezielt über das Format schreiben, das ist nicht meine Bubble, das ist nicht mein Thema, ich bin da groß nicht drin. Ich habe, wie so oft, diese Metadebatte mitbekommen, beziehungsweise diese Debatte drum mitbekommen und habe eine Metadebatte gestartet und habe mir das sozusagen von außen betrachtet jetzt so ein bisschen aufgeholfen und war dann überrascht, dass man es ja eigentlich weiß. Und dann wird von allen Seiten irgendwie dieser Fakt unter den Tisch fallen gelassen und das war für mich so der Hinweis, die wissen schon wieder gar nicht, worüber sie eigentlich schreiben. Das kann doch nicht wahr sein. So, und deswegen dachte ich, ich mache jetzt mal hier ein Video, um allen auf die Finger zu hauen. Das ist eigentlich der Grund. Ich wollte einfach mal wieder jemanden auf die Finger hauen. Vornehmlich Leuten, die einfach nicht korrekt arbeiten. Spannend, ne? Wenn man es so runter bricht, ist das gar nicht so spannend, was ich hier mache. Das ist eigentlich total schnarch. Das ist Feuilleton. Quatsch. Ein Glück, dass ich es Exposed genannt habe, ne? Ha! Fan von Alone gewesen seit der ersten Stunde. Ich habe die ersten Folgen gesehen. Es ist eine supergeile Serie und ich habe mich immer gefragt, okay, ich hätte Bock, selbst sowas zu machen, aber dieses Last Man Standing Ding ist quasi faktisch nicht möglich. Ich werde niemanden rankriegen, wo ich sage, ey, nimm dir mal für drei Monate frei und dann gucken wir mal. Das finde ich auch wirklich krass da dran. Also diesen Punkt, ich finde, das muss auch nicht sein. Das ist, was ich meine? Deswegen habe ich immer probiert. Aber das ist auch wieder so amerikanisch, ne? Man treibt es einfach an die Spitze. Dazu guckst du? Auf die Spitze. Wie kann man das umbasteln und anders machen, sodass es funktioniert, ja? Es geht ja nur um Influencer-Stuff. Da muss man sich keinen Stress bei der journalistischen Arbeit machen, nicht wahr? Dave und Johannes. Dave und Johannes? Da habe ich mich einfach versprochen, weil ich so viel vom Kanal Dave geguckt habe zu dem Behind-the-Scenes. Da habe ich einfach, weiß ich nicht, hat mein Kopf einfach kurz ausgesetzt. Das ist wieder so peinlich. Da haben wieder tausend Leute in den Kommentaren geschrieben. Und das Bild kommt, okay. Den Fritz ja mittlerweile eine eigene Firma hat. Dave und Johannes? Beste Recherche. Genau. Wir sehen hier, auf der rechten Seite ist Dave und links ist Johannes. Oh, das... Das darf eigentlich nicht passieren, ne? Das darf leider nicht passieren. Seven vs. White GmbH. Das sind die Verantwortlichen. Also ihr seht hier jetzt nochmal, es war halt vom Kanal Dave. Es ist halt einfach freudscher Versprecher. Hinter der Sendung. Die betrieben aus Lingen die Firma Hitscan. Das war eine Social Media Werbung und Content Agentur. Und zu der Idee, das durchzuziehen, kam man als ein TV-Sender eine Anfrage an Fritz stellte, dessen Interessen ja von der Agentur gemanagt wurden. Wir sind Johannes und Max und wir sind die Hauptverantwortlichen und Produzenten für... Das war ein Geil. Eine Szene später sagt er, wir sind Johannes und Max. Ah, das ist natürlich blöd. ... Die Idee für... Deswegen es ist halt einfach ein Versprecher gewesen. Aber, ja. Gern geschehen. Gern geschehen. ... ... ... ... ... ... Ich habe gerade in den Kommentaren gesehen, äh, in dem E-Mail-Verlauf gesehen habe, Fabio Schäfer ist übrigens auch ein ganz, ganz feiner Kerl. Den bin ich auch schon ein paar Mal über den Weg gelaufen. Auf den lasse ich nichts kommen. Den finde ich richtig, richtig angenehm. Der ist auf jeden Fall true to the core, möchte ich sagen. ... nicht wollen und dann eben umgemünzt auf YouTube und nicht fürs Fernsehen. Viele Elemente, wie bereits vorhin gesagt. Dazu muss man aber ganz ehrlich sagen, dass das so im Mediensektor etwas ist, wo du dir keine Freunde machst. Wenn so eine Anfrage kommt, man weiß jetzt natürlich nicht, wie konkret diese Anfrage war und inwieweit die Anfrage ähnlich ist dem Konzept, das da jetzt umgesetzt wird. Aber wenn du eine Anfrage bekommst und kurze Zeit später selber so eine Serie durchziehst, ja, machst du dir da definitiv keine Freunde. sind bereits in der Serie Alone zu sehen gewesen. Beispielsweise die vorausgewählten Dinge, die jeder mitnehmen kann und die präsentieren. Übrigens sehr interessant, das mal zu sehen, dass es einfach auch Fans gibt, die das so konzentriert auch mal aufarbeiten wird werden. Ja, also was man natürlich dazu sagen muss, also, um das nochmal zu thematisieren, Alone, supergeile Serie, müsst ihr euch reinziehen, kann ich nur empfehlen, das ist für mich so Survival-Stuff oder Dating-Stuff, keine Ahnung was. Ähm, aber gerade, wenn wir jetzt auf die zweite Staffel geht, Alone ist natürlich ein Last-Man-Standing-Prinzip und du hast im Endeffekt so gut wie fast nur, zumindest das weiß ich jetzt, wo ich mich dran erinnere, ja, nicht Vollprofis dabei, aber du hast Survival-Trainer dabei. Das ist halt der Punkt und da kommen wir gleich nochmal drauf zurück, Fritz. weil du hast irgendwelche Leute aus der Special-Force-Army dabei, ähm, irgendwelche Jäger dabei, also das sind halt alles Leute, die richtig krass Skills haben und bei uns ging es ja eher darum, eine breite Mischung zu haben und auch für den Zuschauer, äh, Leute in solchen Situationen zu sehen, die halt keine Ahnung haben und das hatten wir in Staffel 1 quasi ja auch schon mit, äh, zum Beispiel Dave und auch Chris, der eher weniger Erfahrung hat und ja. Wo läuft Alone? Ja, du könntest doch ganz einfach easy im Fernsehen gucken, wurde doch gerade gesagt, kann man doch ganz einfach easy entspannt im Fernsehen gucken, klickt doch einfach mal rein, seht doch mal durch, wo Alone gerade kommt. Anscheinend doch nicht so einfach, das mal eben zu gucken. Dass die Teilnehmer ihr eigenes Footage aufzeichnen müssen, dass mit dem Ausscheiden oder Nicht-Ausscheiden der Teilnehmer, dass man damit spielt und die Zuschauer verwirrt und so. Also ich entdeckte, wie ähnlich sich die Formate sind, da dachte ich dann so, verdammt, das ist doch jetzt irgendwie blöd. Also ist das jetzt der Ansatzpunkt? Alles nur geklaut? Hm. Ehrlicherweise kann die Serie ja nichts dafür, dass die Journalisten drumherum es zu einem solchen Novum aufgeblasen haben. Das stimmt allerdings, das darf man auch nicht vergessen, diese ganzen Geschichten, die immer geschrieben werden von Profi, von Blam, von Babam, das sind halt andere Leute, die das schreiben. Da haben wir ja gar kein Einfluss drauf. Das sind wie Kommentare, wie Artikel, wie, das ist so wichtig. Ihr müsst euch tatsächlich, also, was heißt müssen? Es wäre halt geil, wenn ihr ab und zu mal hinterfragt, woher denkt ihr etwas oder woher kommt ein Gedanke oder eine Meinung, die ihr zu etwas habt? Kommt das tatsächlich von eurer eigenen Betrachtung oder habt ihr das so mitgeliefert bekommen, wenn ihr so einen Beitrag dazu beispielsweise gesehen habt? Und hier ist es halt wirklich so der Fall, dass die Presse drumherum es aufgeblasen hat zu etwas Einzigartigem und einem Spektakel, das so noch nie da gewesen ist. Und das wiederum ruft dann die auf den Plan, die sagen könnten, ja, nee, ist es ja gar nicht. Es ist ja eigentlich alles nur geklaut, weil da und da war es ja genauso. Aber es ist halt schlechter, weil das und das und das und das ist da anders. Dann ist quasi um das ganze Format drumherum auf der einen falschen Behauptung aufbauend eine Kritik entstanden, die das Format in den Dreck tritt, obwohl es aufbaut auf einer falschen Aussage am Anfang. Also der Zirkus drumherum hält sich selbst am Laufen. Das ist so gruselig, das mal nachzuvollziehen, finde ich. Und das ist so der Punkt. Deswegen musste ich da einfach ein Video zumachen. Wir machen unser Ding, wir kloppen das ins Internet und dann passiert, was passiert. So, wenn da jetzt irgendeine Zeitschrift irgendwas drüber schreibt oder Onlineblatt oder sowas, ja, keine Ahnung, da können wir da nichts für. Weil sie selber nicht in der Lage waren, ordentlich zu recherchieren. Oder weil es ihnen egal war. Aber auch das ist kein Kritikpunkt, denn es gibt in Deutschland eigentlich nichts, was es in den USA, im Entertainment-Bereich, nicht schon mal gab. Alle arbeiten damit. Man entscheidet sich bei einem Beitrag immer, welchen Ton soll der haben. Ausgleichend neutral, das ist natürlich möglich, aber das klickt ja selten. Deswegen muss ich so ein Video halt Exposed nennen. It is what it is. Oft geht man, ehrlicherweise, ja auch an ein Thema ran, eben weil man dazu eine Position erworben hat und diese dann darstellen möchte oder sich zumindest selbst reflektieren möchte in so einem Beitrag. Es ist halt auch generell schwierig mit dieser erzwungenen Neutralität. Auch erzwungene Neutralität kann falsch sein. Und hätte man sich jetzt für die Zerstörung entschieden, wäre Seven vs. Wild an diesem Ritz, ich habe gerade literally gesagt, hätte man. Versteht doch bitte, dass ich das nicht als Zerstörung gemeint habe, sondern dass das eine Satire ist. Beziehungsweise eine Aufklärung über Zerstörungen durch die Presse, basierend auf dieser ganzen Cancel Culture Thematik. Schon frauenfeindlich, toxisch, gefährlich für den Nachwuchs, geklaut und billig. Und mit billig geht natürlich auch gleich Geld geil einher, weil es natürlich bei der Menge an Klicks deutlich mehr einspielen muss. kalkulierbar. Und das wäre ja schon wieder irgendwie eine Täuschung des Verbrauchers, der denkt, er bekommt ja ein Spektakel, das es noch nie gab. Das klingt jetzt so abstrakt und irgendwie ein bisschen dämlich, wenn man das so durchexerziert, aber so laufen solche Argumentationen in Beiträgen oft. Ihr merkt, es schriebe sich quasi von selbst. Tatsächlich haben sie eine entscheidende Sache anders gemacht als die Produzenten von Alone. Und das wir haben sehr, sehr viel anders gemacht. Ich will nicht sagen, dass wir das besser gemacht haben, ganz im Gegenteil. Wir haben es anders gemacht, weil viele Sachen gar nicht so möglich waren. Gerade diese Last Man Standing Geschichte und so weiter. Ja, aber es ist doch dieser eine Punkt, auf den ich hinaus will. Das ist doch das, worum es geht. Also nur eine Sache? Ne, das ist schon ganz, ganz viel anders. Das ist tatsächlich ein bisschen kritisch. Die Profis haben nämlich keine einzige Staffel in den Tropen produziert. Warum? Naja, ich bin kein Experte, aber ich denke mal, man kann in dem, was in Staffel 2 so passiert, erahnen, woran das liegen könnte. Die Gefahren, die in den Tropen lauern, die sind nicht so gut kalkuliert. So ein dummes Thumbnail, das musste ich einfach mit reinnehmen. Wirrbar wie auf einer Insel in Skandinavien. Und man unterschätzt, welchen Effekt Wasser hat. Viel Wasser. Wasser überall. Kapitel 3, die Gefahr. Und da kommen wir an den Punkt, den ich habe, aber nicht gut durchgehalten mit nicht pausieren und am Stück zuzuhören. Wirklich mal ansprechen muss. Fritz, er wirkt mittlerweile auch ein bisschen groggy. Ich glaube, ich habe ihm ins Delirium gelabert. Zmeinecke und sein Team, die können verdammt froh sein, dass nichts passiert ist. Vier Leute wurden festgenommen auf der Insel, auf der wir waren, Issa de San Jose. 2570 Drogenpakete gefunden worden. Vier Leute wurden festgenommen. Ah, ist das schön, oder? Da fühlt man sich doch sicher. Wir haben alle massiv Glück gehabt mit unserer YouTube-Produktion. Komm, wir machen hier. Spring doch mal aus Helikoptern, es wird schon alles gut gehen. Das, was die Serie für die Zuschauer so spannend gemacht hat, war die reale Gefahr, die Bedrohung, die teilweise noch nicht mal wahrgenommen wurden. Das ist witzig, ne? Der Herr Ritter stellt die Gefahr quasi nochmal krasser quasi in den Fokus und sagt, wie heftig und wirklich real die Gefahr war, hingegen... war sie nicht real, Fritz. ...gegen ein, ein, was weiß ich, Thomas Gast spielt das Ganze wieder komplett runter und sagt, es war ein Miami Beach Touristenausflug, ne? Super, super interessant, wie die Leute einfach so komplette, unterschiedliche Versionen draus machen. Meistens ist es einfach die Mitte. Einfach so, wie es war, war es halt, ne? Vancouver Island ist genauso nass und dazu kälter. Ey, absolut! Ja, aber die tropische Feuchte ist das Problem. Also, das würde ich gar nicht unterstreichen, dass die das nicht in den Tropen gedreht haben. Es gibt auch Regenwald außerhalb der Tropen. Ja, schon, ist mir schon bewusst. Ich habe Geografie studiert. Weil es irgendwie zu gefährlich ist. Wenn du dir Alone anguckst, äh, mit irgendwelchen Bären, mit Pumas, mit, äh, kranker Kälte, mit teilweise späterhin dann Schneefall und so weiter, würde ich fast sagen, dass, nein, würde ich sagen, schon alleine die Artenvielfalt. Also, die, das, was dir da begegnen kann, ja, das ist, ist härter, machen wir uns nichts vor. Also, ja. Vielleicht gab es da nicht so viel, gab es da nicht so was in Richtung Gifttiere oder sowas, ne? Jetzt sage ich mal Skorpione oder so. Aber, ja. Wenn hier jeder vertraglich versichert hat, dass es für ihn okay ist, für Seven vs. Wild zu sterben, und jetzt alle unterstreichen, was ich gerade gehört habe, habe da Wendt gestärbt. Es ist alles, wir sind hier abgesichert. Gibt es ja einige Stellen und Punkte, die für eine weitere Staffel, die... Also, Knossi hat es aber auch, ähm, der hat es halt auch ganz gut in Worte gefasst, muss man sagen, ne? Da konnte man gut mit den Aussagen arbeiten. Man muss einfach nur die ganze Zeit so ein bisschen Aussagen von Knossi zusammenschneiden und schon hat man ein Zerstörungsvideo an sich zusammengebaut, ja? Es wäre so einfach. Die ja scheinbar kommen soll, dringend... Hä? Wo hat dann die Information schon wieder her? Für eine weitere Staffel, die kommen soll? Hä? ...gedacht werden sollten. Das Briefing beispielsweise. Das waren ja geballte acht Stunden an Informationen. Einmal. Ja. Ein Tag voll mit Briefings. Bitte hört genau zu. Ist wichtig. Die fasst alles dazu, dass sie nicht kapiert. Na? Wie viele Stunden wart ihr in der Schule aufnahmefähig? Seht ihr? Und so wie Fritz ist jetzt wie viele Minuten im Video? Es scheint, erfuhren die Kandidaten erst da dann die Details über den Ort und die Gegebenheiten der Umgebung. Ja, logisch. Ja, und das ist nicht aus... Ja, aber das Problem ist ja gerade schon... Du hast auf Inseln ja auch nochmal spezifische Fauna und spezifische Flora. Also selbst wenn du weißt, es ist im Tropenbereich, müsstest du eigentlich den Kontinent zumindest wissen und selbst das hilft ja nicht. Ich will jetzt gar nicht ins Detail gehen. Also es ist halt einfach, du kannst innerhalb von acht Stunden kannst du nicht alle Informationen aufnehmen, die du am Ende brauchst und der Beweis ist die Sendung selbst ausreichend. Survival-Experte Tom McElroy, der gab eine Einweisung und meinte selbst, dass er das normalerweise mit deutlich erfahreneren Personen machen würde. Ja, das hätte mich im Vornherein absolut beruhigt. Ich bin Tom McElroy, ich arbeite eine Schule called Wild Survival und eine Partie davon ist, dass die Klasse hier ausgehen, wo wir Menschen ausbrechen und diese Erfahrung mit viel mehr Training Also das ist ein sehr spannendes Konzept. Diese Stelle war auch so geil, Alter. Wie er so sagt, so ja, wir machen das auch, aber das ist schon, wir haben schon ein bisschen deutlich mehr Training und Künassis Blick an der Stelle einfach so, ähm, was? Ähm, was? Willenskraft wie Wolf! Weil ob du da draußen klarkommst oder nicht, entscheidet sich hier oben, Freunde. Hier. Ja, weiß ich nicht. Wenn du an einen Baum gerätst, der dich umbringt, weil du zum falschen Zeitpunkt daneben stehst und gerade eine Frucht explodiert und du die tödlich giftigen Samen abbekommst, weiß ich nicht, ob du dich dann einfach im Kopf dazu entscheiden kannst, jetzt nicht zu krepieren. Ha, 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 ja. Man merkt, dass es ihm irgendwie unangenehm ist und, äh, den Anwesenden irgendwie auch. Ja. Geil! Ups. Aber wir wissen ja. Also es gibt verschiedene Dinge in diesem Leben, die einfach schneller töten als andere. Und das ist eben der Punkt. Solche Sachen, die werden bei Alone immer nur mit Profis durchgezogen. Und natürlich konnte niemand nur Tid. Ah, guck mal, die Aussage zum Beispiel, es werden immer nur mit Profis durchgezogen und so weiter. Ja, genau, da sind halt, na, was heißt Profis? Ja, aber doch schon Leute. Professioneller als Knossi jetzt beispielsweise, ne? Also klar ist jetzt die Definition des Wortes Profi das jetzt Auslegungssache. Das ist schon richtig. Die auf jeden Fall Deutsch mehr Erfahrung haben. Aber, was bei Alone wie wirklich tatsächlich im Hintergrund abläuft und wie das produziert wird, weichst ja gar keiner. Das wissen wir ja bei Seven vs. Wild auch nicht. Kannst du ja gar nicht recherchieren. Bei uns hast du ja wenigstens noch das Making of, dass du von euch siehst, wie es abläuft. Überlegt doch mal. Ich denke, viele von euch haben das Making of gesehen tatsächlich und überlegt mal, wie ihr die Serie wahrnehmt und wie ihr die Serie wahrnehmt mit dem Wissen des Making ofs. Stellt euch mal vor, das Making of würde nicht existieren, wie anders ihr diese Serie wahrnehmen würdet. Also, mir aus Zuschauersicht geht es definitiv so. Weil dem Making of noch so viele Punkte und Infos dazukommen, wo du erst mal raffst. Alter, was? Was? Also ganz ehrlich, ich finde das Making of spannender als die Serie an sich. Aber das liegt vermutlich wirklich daran, dass ich das wieder eher so aus Produzentensicht sehe. Und ich finde das ja total faszinierend und beeindruckend. Und ich will irgendwann auch mal so ein, also nicht so ein Projekt, aber ähnlich krasse Projekte abfeuern. Das habe ich schon, das würde ich mir schon wünschen. Und wer sagt denn, dass es nicht irgendwann so weit ist? Ja, ich habe so ein paar Ideen und mal gucken. Bis zu meinem 30. könnte man doch sowas mal realisieren für die Bucketlist. So, ne? Und wenn du das Making of nicht hast und das hast du, soweit ich weiß, bei Alone nicht, also ich kenne kein Making of von Alone, dann, ja, dann siehst du nur das fertige Endprodukt. Wie das dann tatsächlich wirklich abläuft. Ob die noch mal Training hatten, wie lange, ob die auch noch ein Briefing hatten, oder Ähnliches mit auf die Inseln nehmen. Das heißt, dass alles, was hier in dem Kopf der Kandidaten innerhalb dieses Briefings noch übrig geblieben ist und ich muss jetzt nicht anfangen damit, wie viel Prozent man sich geballt von einem auf den anderen Tag merken kann, ohne es zu wiederholen, dass das ausreichen musste, damit sie überleben. Spoiler, man merkt sich nicht sehr viel. Ich wäre vermutlich einfach sofort drauf gegangen. Ehrlich. Also ich möchte an der Stelle einfach nochmal sagen, riesigen Respekt an alle, die da mitgemacht haben. Ernsthaft. Und in den Reactions der Teilnehmer auf die Hinweise von Mac da sage ich die ganze Zeit nette Dinge und er sagt einfach nichts dazu. Mann. Elroy im Behind-the-Scenes bemerken mehrere Teilnehmer, dass sie Diverses nicht wussten oder Bestimmtes gerne vorher gewusst hätten. Aber genau das ist ja der Gag der Sendung. Ja, es ist halt trotzdem die Frage, ob das noch verantwortlich ist, ja. Das versteht, äh, Genau darum geht's doch. Das ist doch ein Kernelement, weil du halt nicht sehen willst, wie Knossi eine Woche lang Training macht, dann alles weiß und alles nach Lehrbuch aufbaut. Das ist doch langweilig. Das ist halt ein moderner Gladiatorenkampf, so ein bisschen, ne? Genau darum geht's doch. Äh, Hunger Games, ja, Hunger Games, na, wobei, bringen sie jetzt nicht gegenseitig um. Ich weiß nicht, sowas in die Richtung, ne? Zu gucken, unterschiedliche Leute, unterschiedlicher Wissensstand, ein bisschen Briefing, das du einfach haben musst und Knossi hat mit dem Briefing, was erkannt? Den Todesapfel. Hat er den erkannt? Anhand des Briefings? Ja, hat er. Super wichtig. Und das ist anscheinend hängengeblieben. Und ich meine, es wurden tatsächlich elementare Dinge, entweder nicht beachtet oder waren nicht bewusst. Woran merkt man das? Beispielsweise alleine daran, wie sie Wasser tranken. Lassen wir uns das mal kurz von den Biologen erklären. Ja, das ist nicht, nicht gut. Von dem Bach raus trinken, sollte man auch hier in Europa nicht machen. Und insbesondere an solchen Orten sollte man das nicht machen. Vielleicht hat da ein paar Meter weiter hinten ein Tier in den Bach gekotet und vielleicht hatte dieses Tier Parasiten. Also so verbreiten sich ganz, ganz viele. Hab ich auch gesagt in meiner ersten Reaction. Aber ich finde es auch immer geil, dass das dann so geschrieben wird, dass alle das so gemacht haben. Alle waren es nicht. Es war ein großer Teil und ich hab's auch... Weiß nicht. Ich hab's verstanden, warum die das gemacht haben. Aber das ist ja der Gag an der Nummer. Weiß ich nicht. Versteht ihr? Genau darum geht's doch. Diese Fehler zu sehen, diese Entscheidungen zu sehen von Leuten, die vielleicht nicht so viel Erfahrung haben. Also der Punkt ist doch aber, dass du Menschen, die nicht wissen, worauf sie sich da einlassen und dass sie beispielsweise nicht wissen, dass sie sich mit wirklich ernsthaften Parasiten da verseuchen und das für den Rest ihres Lebens ein Problem darstellen könnte oder sie im Nachgang umbringen kann. Also es kann durchaus sein, dass da noch Folgeschäden entstehen. Das weiß man nicht. Das ist halt nicht lustig irgendwie. Ich meine, klar ist es lustig, wenn einer aus Versehen irgendwie seinen Unterstand abfackelt oder sowas. Klar, aber das ist dann schon eine Ebene, wo ich sage, oh, weiß ich nicht, Digga. Wie machen die das? Warum machen die das? Was hat es? Ich verstehe den Punkt. Ich verstehe den Punkt und ich finde das auch spannend. Keine Frage. Aber gerade sowas. Wirklich für Auswirkungen. Ich meine, wie langweilig wäre das denn? Parasiten? Es kann halt da auch sein, das wäre, ich meine, es ist doch auch so langweilig. Dieser Punkt ist doch für die, die nicht Bescheid wissen, auch im Video langweilig. Außer es wird nochmal ganz genau aufgeklärt, so wie jetzt hier in diesem Video und nicht nur durch einen, also ich meine, klar, diese Kacheln, die so drunter, wo drunter die Informationen stehen, sind schon ganz gut, aber so wird das doch erst so richtig drastisch mit so einem Reaction-Video da drauf. Dass du dir vielleicht irgendeinen Parasiten einfängst, den du überhaupt noch nicht mal kennst oder den die Menschheit noch gar nicht kennt. Auch hierbei, so ein Gewässer hier, da sollte man nicht raus trinken, Freunde, das ist nicht gut. Mir fällt dazu Stichwort Negleria fauleri ein, die gehirnfressende Amöbe. Ja, und dann war das Lachen vor allen Dingen da hinten dran. Waren da auch die Sandmücken und was sie so anrichten können. Tja. Tom hat gestern nämlich gesagt, das Nervigste sind einfach nur die Viecher. Alles andere kann man irgendwie aushalten. Er sagte, die Viecher sind das, was sich am Ende zum Aufgeben zwingen. Also sehr interessant. Sein Gegenstand wäre auf jeden Fall ein Moskitonetz. In der Sandfloh-Saison den Schelter am Strand zu bauen, ist wahrscheinlich nicht die beste Idee. Wer am Strand baut, wird früher oder später von Flöhen zerbissen. Und bei Fritz haben sich diese Stiche sogar entzündet. Und überall Wasser, von oben, von unten, Luftfeuchtigkeit, Schwitzen. Ich sag nur, Dschungelfäule. Das hier ist eine Sache, die sehr schnell sehr gefährlich werden kann. Eine Blase, die sich öffnet. Hä, ist das nicht, sieht aber nicht gut aus hier, diese Löcher da drin? Ja, und es wird hier auch schon eingeblendet. Diese Dschungelfäule ist eine Krankheit, die tatsächlich sehr gefährlich werden kann und die auch sehr gefürchtet ist. Zu Recht. Diese Dschungelfäule ist nämlich nicht eine Krankheit, die durch einen einzelnen Erreger hervorgerufen wird, sondern vielmehr ist es ein Krankheitsbild, überhaupt noch keinen Fisch im Pensi. ... das zustande kommt, wenn viele blöde Bedingungen zusammen auftreten und aufeinandertreffen. Warum aber ist diese Dschungelfäule so gefährlich? Naja, weil sie sich extrem schnell entwickeln kann und ganz, ganz schnell von leichten Symptomen zu mitunter lebensbedrohlichen Zuständen führen kann. Diese Dschungelfäule ist tatsächlich ein regelrechtes Verfaulen der menschlichen Körperteile. Ja, ich bin verfault! Chat! Schimmelfritz ist wieder unterwegs! Und Wildschwein... Ja, ich mein, also... Was soll ich dazu jetzt sagen, ne? Was soll ich dazu jetzt sagen? Das ist so dieses... Ich meine... Wir haben jetzt hier einen Biologen, der zeigt, dass es da problematisch aussieht und dass es eine Gefahr ist, die dann stattfinden kann. Bei Fritz ist es nicht passiert und für ihn ist das jetzt eine anekdotische Evidenz und deswegen ist es voll übertrieben gewesen. was der Fachmann dazu sagt. Weiß ich nicht! Weiß ich nicht! Ich meine, die können dich auch tödlich verletzen. Biologisch richtig exakt viele blöde Bedingungen. No, by the way, frag mal Robert Baratheon. Die haben zwei spitze Zähne an der Schnauze. Und das Problem bei Wildschweinen ist ja, dass das direkt auf der Höhe der Schlagader ist, ne? Also wenn du dann ins Bein da getroffen wirst, dann kannst du halt immer vor wenigen Minuten verbluten. Gutes Stoppbild, by the way. Und da ist dann halt auch wieder diese Rettungsfrage ein Punkt, ne? Wenn dich das ereilt und du dann noch schnell einen Notruf absetzt, das war's dann halt. Da bist du halt einfach tot. So schnell können die da nicht kommen. Ich hänge mich so hoch. Ich warte noch auf die Zerstörung eigentlich. Das X-Post kommt noch, oder nicht? Okay, er hat's bis jetzt nicht verstanden, dass es das nicht ist. Leute, also mal Klartext, ja? Was mach ich denn falsch? Erklärt's mir. Was mach ich denn falsch? Es muss ja irgendwie an mir liegen. Wir hatten das mit TJ und wir hatten das jetzt mit Fritz, dass man mich und meine Absichten scheinbar nicht versteht. Vielleicht hält man mich deswegen immer für einen Gegner, obwohl ich's eigentlich gut meine, weil es vermeintlich immer böse rüberkommt. Ist es wirklich mein Sprachgebrauch? Woran liegt es, Leute? Wie soll man denn jetzt schlafen? Auch noch bei den Zahnschmerzen. Hau ab! McElroy sieht die sogar als die größte Gefahr der Insel. Hier sehen wir Spuren von Wildschweinen, die sich hier am Strand aufhalten. Sie stellen mitunter die größte Gefahr dieser Insel dar, da sie dich mit ihren riesigen Hauern aufschlitzen können. Ja, und Sascha und sein Umgang mit den Sandbüchsenbaum, beziehungsweise zwei davon, die er einfach nicht erkennt. Mir ist richtig schlecht. Mir ist so... Das Sandbüchsenbaum? Schlecht. Fällig. Jetzt, wo ich das so sehe, kann ich gar nicht mehr erinnern. Das ist so krass, weil, fuck. Was ist mit dem Sascha passiert? Wir haben ein gutes Dach, es ist sehr dicht da oben. Das heißt, es regelt mich nicht so krass an, wenn es regnet. Ja, das Problem ist nur, du bist hier zwischen zwei der giftigsten Bäume der Welt und... Ha 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 ha! Chillig, Sascha! Das wusste noch nicht mal Fritz. Das wusste noch nicht mal Fritz. Seht ihr? Seht ihr? Das ist doch der Beweis. Das ist so ein krankes Vieh, dieser Baum. Unglaublich. Ich wusste nicht, dass es so was Krasses geben kann. Und vor allen Dingen, dass es nicht in Australien steht. Weil das ist so ein... Das ist so eine Kreatur, sage ich jetzt mal. Ja? Äh, die... Was macht man eigentlich in Australien? Sandbüchsenbäume. Überall jeder Baum zählt... Aha, okay. Wussten wir auch noch nicht, oder? Wusste ich noch gar nicht. Das Freunde, einfach komplett hier, ja, spitz, dass du fast sogar noch das fette Seil hier reißt. Ach, das wurde sogar eingeblendet, dann habe ich es ja sogar vorgelesen. Konnte ich mich daran sagen, Sandbüchsenbaum. Dieser Baum ist mit dem Todesapfel verwandt. Die sind beide sehr, sehr giftig. Ha ha ha, chillig! Ja, er... Erstmal ein Schelter dran bauen. Im nächsten Fall der Tod. Und noch dazu sind auch die Samen des Baumes giftig. Das ist so verrückt. Das heißt, dieser Baum ist auf verschiedenen An- und Weisen gefährlich. So, und jetzt ist, leider Gottes, dem Sascha hier an diesem Baum ein kleines Schlamassel basiert. Weil der Baum natürlich auch Arsch ist. Ich habe mich schon geschnitten, da blüht die schon. Tadam! Ach, Schesse. Die Flut, die vermalteite Flut. Ich bin gerade schon die ganze Zeit am überlegen tatsächlich, wirklich umzuziehen. Wobei man aber sahen muss, es ist ein geiles Konstrukt gewesen. Alter Schwede, das Ding hier hat es gerade einen Schlag gegeben von einer Riesenwelle. Und da liegt, wie es aussieht, liegen Teile von meinem Bett. Was für eine Gewalt vom Wasser. Heftig. Ich bin gerade so am ausrasten. Doris ist wieder so am ausrasten. Ich bin auf 180. Die Wellen übertreiben komplett. Übertreiben komplett. Ich weiß nicht mehr, was ich machen soll. Wirklich. Mein komplettes Shelter und das spült. Der Holzpflock liegt unter mir. Unter mir? Dort, wo ich normalerweise schlafen wollte. Mein Tisch, mein Topf, alles weg. Ich habe ein bisschen das Gefühl, dass Fritz sich über Joris lustig macht. Horror gerade. Es ist der blanke Horror. Ich habe gedacht, hier oben bin ich sicher. aber tatsächlich bin ich nirgendwo hier am Strand sicher. Nirgendwo. Ich dachte eigentlich, jetzt kommt mehr Hate so. Ab dem Kapitel 3 sind wir gerade nur in der Zusammenfassung von Seven Wurfswald. Ich will hier mehr. Komm, ein paar Schläge. Es müssen noch ein paar Schläge ausgeteilt werden. Angstinflößend. Wenn ich den ganzen Scheiß einfach überlege. Aber da kommt noch mal was. Ich bin so froh. Sabrina gibt... Oh Mann, es tut mir so leid, dass ich den Fritz so enttäuscht habe. Deswegen auch final auf. Heute Nacht hat mich die Flut so übermannt, dass mein komplettes Shelter eingebrochen ist. Und dann waren ja auch nur die Krokodile. Ja, on top quasi. Jetzt ohne Verarsche, dass da ein Krokodil im Wasser ist. Das ist gegen die Strömung geschwommen. Dann nach links. Also überhaupt nicht wie so ein Ast oder Baum oder irgendwas. Und wo ich jetzt hier näher gekommen bin, zack, untergetaucht. Ein Baumstumpf taucht ja nicht unter da oben und Wasser fliegt. Äh, was da liegt. Na, ich glaube, die Mangroven werde ich mir nochmal genauer anschauen. Das ist halt echt so ein Punkt. Warum geht man freiwillig ohne Not in die Mangroven? Das ist literally einfach lebensgefährlich. Also so viel weiß so ja ich. Denn ich bin mir ganz sicher beim ersten Mal, das war ein fettes Krokodil, was da reingesprungen ist. Ja, festhängend. Jetzt kommt das Krokodil und denkt sich, der ist mir, die Beute. Aber es gab noch eine weitere Gefahr, nämlich die Insel an sich. Das ist ja eine ehemalige Militärbasis, auf der auch Waffentests stattgefunden haben. Und die Vorkehrung der Produktion, als sie von dieser Info dann erfahren haben, bestand darin, sich über Unterlagen von Journalisten und Recherchen, die das aufdeckt, darüber zu informieren, wo denn diese Chemiewaffentests stattgefunden haben sollen. Das Problem ist, dass ein Cleaning von amerikanischer Seite final nie bestätigt wurde, aber stattgefunden haben soll. Nach Schätzung liegen da aber immer noch 3000 Blindgänger auf. Das hat die Produktion übrigens selber auch veröffentlicht. Ja, also ich beziehe mich da wirklich nur auf das, was da bei Dave, auf dem Dave-Kanal wirklich liegt. Auf der Insel. Ja, deswegen gab es ja auch ein kurzes, kleines Briefing dazu, in diesem 8-Stunden-XXL-Briefing, dass wir das nicht anfassen sollen, wenn wir da was finden. Ja, fass doch bitte keine Landminen an. Eine ausführliche, praktische Überprüfung, inwieweit die hätte aussehen können, in dieser Situation auf der Insel, erfolgte nicht. Es gab Wasserproben, die genommen wurden, aber that's it. Notfall, Notfall-Patti, was soll das? Eine grüne Hölle, Alter. Das kannst du halt nicht bringen, wenn da irgendein Typ auf dem Blindgänger läuft, so in die Luft geht. Also klingt für mich jetzt nicht so, als wäre die Insel grundlegend sicher. Aber vielleicht hat man ja spezifische Spots gewählt, die fern von diesen alten Strukturen sind. Ja. Geil, Alter. Oh, herrlich, die Einblendung. Hier einmal so komische Flaschen. Aber guckt mal, ich bringe ihn wenigstens zum Lachen. Ist er auch gut. Ey, ist doch, ist er auch gut. Ich hab keine Ahnung, was es damit auf sich hat. Aber so wie die aussehen und wie die Hütte aussieht, stehen die da auf jeden Fall schon seit 50 Jahren oder so. Ups. Also wenn du Pech hast, stolperst du über eine Bombe und gehst hoch. In anderen... Ja, war ja keine Bombe. Das Problem sind Wildfischer und es ist Mittelamerika. Das darf man an der Stelle nicht vergessen. Ich hab jetzt die aktuelle Folge gar nicht gesehen, da war auch irgendwas mit Piraten im Thumbnell, nicht wahr? Menschenschmuggler, die in diesen Gewässern auftauchen könnten. Das wurde beispielsweise sichtbar an Sabrina's Spot während der Platzierung der Bags. Alright, Sabrina, here is your beach. We have some fishermen currently on your beach. Ne, ne, es sind keine Fischermen, das sind Menschenschmuggler und Organhändler. Trust that they don't take your bag. Was wäre passiert, wenn in den Tagen tatsächlich jemand vorbeigekommen wäre? Vielleicht von der Kandidatin oder dem Kandidaten unbemerkt. Ja, dann hat jeder Dauer 24,7 sein Notfall-GPS am Mann oder an der Frau zu tragen und da gibt es einen Knopf, da drückst du drauf und da gibt es sofort ein Code Red. Ganz einfach. Und dann geht ja der Heli los und zur Not geht es Militär los. Wenn bis dahin natürlich die Leber und die Niere schon rausgeschnitten ist, blöd. Die Meldung, dass Leute auf der Insel sind. Das ist... Ich muss sagen, also ich... Diesen dritten Punkt, finde ich, ist der ist valide. Weiß ich jetzt nicht, warum man den jetzt runterspielen muss. Ganz ehrlich. Und gerade so diese Überlegung, ey, wir machen ja ein YouTube-Projekt, lass mal die Armee von Panama mit in den Plan jetzt einberechnen, obwohl wir das überhaupt nicht erstens planen können und zweitens gar keine Connections mit denen hatten und drittens überhaupt nicht davon ausgehen können, dass die sich deswegen groß jetzt schnell, schnell auch einsatzbereit zeigen. Also das finde ich, das finde ich fahrlässig. Worauf wir keinen Einfluss haben, weil die Insel so groß ist, dass es unmöglich ist zu kontrollieren, ob irgendwo an irgendeiner Ecke irgendjemand anlandet. Im Worst Case rufen wir das Militär. Und ich muss sagen, ich habe selten von einer TV-Produktion gehört, die das Militär von Panama einschalten muss. Und du guckst aus dem Fenster und das ist wirklich dein ultimativer Albtraum. Wir hatten verschiedene Optionen, die es galt dann zu evaluieren, zu gucken, was ist wirklich sinnvoll. Also zum Beispiel, schalten wir jetzt das Militär sofort ein, wo du nicht weißt, was macht das Militär. Vor allen Dingen, wenn man bedenkt, das ist halt auch so eine Ermessensfrage, die den Kontakt erst während der Produktion durch ihren Hubschraubervermieter bekommen haben. Ohne unser Wissen hat der Carlos, das ist hier unser Ansprechpartner für die Helikopter und so, als die Vizeministerin für Tourismus eingeladen. Die einfach da im Hangar stand mit irgendwelchen Leuten in Militärgewand, Uniformen. Knossi wäre beinahe... Also ich meine, es ist offensichtlich, dass es für Panama irgendwie ein größeres Ding war oder zumindest für Panama als größeres Ding rüberkam. Vielleicht auch als größere Chance wahrgenommen worden ist und dass die da vielleicht was unternommen hätten, aber im Vorfeld wurde damit ja nicht gerechnet oder geplant. Er war ertrunken, weil er zu weit draußen ausgesetzt wurde. Ich weiß genau, dass am Mittwoch Szenen kommen, wo ich mich bestimmt darüber aufrege. Wo ich denke, die hätten mich fast verrecken lassen oder sowas. Ich habe schon das Gefühl, so dass das so kommt, die hätten mich verrecken lassen und so. Aber, aber, es gab ein Notfall-Heli mit Rettungsschwimmern. Die Notfall-Logistik, die war gut durchdacht mit Einsatzzentrale auf der Insel, einem eigenen medizinischen Notfall-Team aus Notarzt, Rettungsspezialist, Survival-Rettungsspezialist, einer gut aufgestellten Crew drumherum, mehrere Boote, mehrere Helikopter. So, das ist nämlich der Punkt. Das ist valide. Es gibt aber auf der anderen Seite eben diese Infrastruktur. Das aber trotz dessen, was schief geht, das sieht man an diesem Knossi-Beispiel. Trotz dessen, wenn du da von einem Wildschwein getroffen wirst und verblutest, ist es halt auch zu spät. Ist halt so eine Abwägensfrage. Und ein System, bei dem man immer weniger Faktoren beeinflussen kann oder im Griff hat, wird halt immer weniger brechenbar sichere Ergebnisse produzieren. Und die waren auch permanent in Bereitschaft. Einziges Manko, es wird da mal so in den Nebensätzen erwähnt, dass es nicht sichergestellt sei, dass die Notrufe und Meldung der Funken sicher durchgehen. Sowohl die Wetterbedingungen als auch die Umgebung, Blätter beispielsweise, können da die Signale verzögern oder gar nicht durchlassen. Absolut. Das ist halt die bittere Realität. Es gibt kein anderes System. Wir haben damit gerechnet, dass es auch mal ein paar Stunden Verzögerung geben kann oder einfach ein Teilnehmer mal ein Nickerchen hält und irgendwie verpennt oder sowas. Und ich finde das ein bisschen creepy. Ich fände, das finde ich wirklich, wenn man jetzt sagt, okay, ihr meldet euch dann und dann und dann meldet er sich nicht und dann denkt man sich, oh, ist ja kein Stress, der schläft bestimmt, aber vielleicht hat er sich beide Arme und Beine gebrochen und liegt im Mangrovenwald. Keine Ahnung. Direktere Überwachung der Teilnehmer, die müsste es eigentlich geben. Sei es durch eine Drohne oder Durch eine Drohne. Eine direkte Überwachung durch eine Drohne. Oder was ähnliches. Es gibt einfach Situationen, wo jede Ein... Also, guck mal, nur als kleiner Tipp. Das GPS-Gerät funktioniert unter freiem Himmel sehr, sehr gut. Ein, zwei Minuten. Gleich mal drei. Da, wo es Probleme macht, ist im Dschungel, wenn du komplett dicht bist. Wie genau soll die Drohne jetzt dann Überwachung machen? Wie sollen genau sieben Drohnen parallel 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche da rumkreisen mit sieben Drohnenpiloten? Und... Genau, das ist die Frage, die sich die Produktion stellen sollte. Wie kann man das gewährleisten, dass die im Notfall sofort gerettet werden können, auch wenn sie nicht mehr in der Lage sind, sich zu melden? Das muss doch die Produktion gewährleisten. Und ich finde, das ist eigentlich der Hauptpunkt, den ich machen würde. Aber ich bin gern noch für den Vorschlag offen. Also gerne, wenn da irgendwie was Konstruktives ist. Ja? Einzelne Sekunde zählt, wie beispielsweise bei starken Blutverlust oder Bewusstlosigkeit. Gerade wenn man abgeschnitten ist von jeglicher Zivilisation auf einer tropischen Insel mit Krokodilen, Wildschweinen, Killerbienen, tödlichen und hochgiftigen Pflanzen. Der Vertrag kommt, 32 Seiten, das heißt, und den hat auch Slachgroß, Rippkopf, sie unterschrieben, sein Gippenstift. Und dann auch nicht mehr lesen. Es bringt nichts. Das ist alles neue Stachelrochen, die überall flächendeckend auf dem Boden sind. Die dir sofort das Bein reinhacken. Das ist ja ganz neu. Wo soll ich mich bewegen? Das ist ja krank. Jedes noch so gute Konzept wird von der Realität gechallenged. Mit Wandermood haben sie einen Partner, der im Bereich Expeditionen erfahren ist, vielleicht nicht so auf dem Bereich Survival-Shows austragen und Leute für eine Weile aussetzen. Sie haben das Mindset, das meine auch hat. Was wir können, könnt ihr auch. Wir haben es auch schon mal geschafft. Das sagen jetzt natürlich fitte, junge, aktive Männer. Das wird in, also ich habe ja dieses Video eingeblendet, wo sie das alles erzählen. Das ist Teil dieses, dieses Werbevideos für Wandermood. Ja, anekdotische Evidenz, selbstreferentieller Fehlschluss. Meine Güte, Alex, darauf hättest du doch ein valides und gutes Zerstörungsvideo aufbauen können. Was ist eigentlich dein Problem? Naja, ähm, ich kann mich da so ein bisschen eindenken. Das ist wie 2019, als ich mein erstes Festival auf die Beine gestellt habe. Was soll schon dabei sein? Man weiß ja, was da alles so dazu gehört. Und als es dann ernst wurde, sechsstellige Summen bewegt werden mussten und man plötzlich für das Wohl von 1500 Leuten verantwortlich war, da bemerkte man dann erstmal, was die richtigen Probleme daran waren, obwohl man für alles auch vorausgeplant hat und auch nur mit Profis zusammengearbeitet hat. Und wir hatten da keine tödlichen Äpfel, fremde Eindringlinge, Militär, Krokodile oder die Flut. Hätte ich Seven vs. Wild produziert, wäre ich da mit einem ähnlichen Mindset da rein, weil ich auch so arbeite. Ey, wir machen das jetzt und auf dem Weg werden wir schon sehen, wie wir das dann regeln müssen. Wir kommen damit schon klar. Anders funktioniert es auch nicht. Es ist so. Es geht anders nicht. Jeder, der irgendwie Großprojekte in so eine Richtung gemacht hat, weiß, anders geht es nicht. Du musst einfach irgendwann loslegen, es machen und dann on the way musst du halt flicken, ausbessern, sich der Lage anpassen. Wir haben noch nie eine Unternehmung. Ich hoffe, ich habe euch nicht so sehr getriggert mit dem Apfel, ja. Also, da dachte ich auch so, boah, ich habe jetzt richtig Bock auf den Apfel. Ich esse den jetzt einfach auf, ja. Aber ich weiß, es gibt viele Mysophoniker, die dieses Schmatzen gar nicht hören können. Unternehmung mit einem großen Risiko hochgezogen hat, der kann das nicht einschätzen. Und was die Jungs hier gemacht haben und das auch noch in einer Region der Welt, wo Entwicklungen nicht so einfach zu kontrollieren sind, wie in Mitteleuropa, das ist krass. Ich kritisiere Unternehmungen, wenn sie gezielt Menschen ausbeuten oder betrügen, wenn sie verbrecherisch und moralisch fragwürdig handeln. Aber das war ja nicht der Fall. Die Kandidaten wussten, was passieren kann. Und auch die Kesse-Arbeitshypothese, dass Seven vs. Wild aus der Selbstüberschätzung meiniges heraus entstanden ist. Ja, Leute! Wer mag auch meine maßlose Selbstüberschätzung? Die führt auch euch immer zur Unterhaltung, oder? Das ist auch wichtig. Man munkelt, vielleicht gab es in der Sahara in Mauritalien auch wieder eine ganz klare Selbstüberschätzung. Aber das Gute ist, dass ich das mittlerweile weiß und trotzdem einfach volle Kante mit dem Kopf in die Wand reinnehm. Trotzdem einfach überlebe, das ist der Punkt. Das gehört dazu, das ist wichtig auch. Wichtig und richtig. Und so eine toxisch-männliche Ego-Show ist auch entkräftet, weil ja vor allem die beiden anderen das Produkt erschaffen. Aber es hätte so gut in das Bild gepasst, dass meine selbst von sich nach außen präsentiert und dass man jetzt Warte mal, was präsentiere ich von mir selbst nach außen? Ich präsentiere... Naja, das, was du gerade gesagt, du hast es doch gerade gesagt. Es ist literally, literally das gewesen. Es war wirklich genau auf dem Punkt, genau dieser Punkt. Herrlich, herrlich. von mir selbst nach außen ein Bild der toxischen Männlichkeit. Ist es so? Auch haben möchte nach diesem Skandal mit dieser Cancel Culture und seinen Beiträgen und seinen teilweise relativ... Ja, aber finde ich gut, weil dein Lachs so riesig ist. Hättest du können, nicht hast? Ja, wie Thomas, liegt bestimmt am Bart. Ja, ja, nein. Ja, nein. Eins zu eins. Aha, manchmal schon. Ja, Fritz. Ja, ja. Ich sag mal. Es ist, ich glaube, bei dem Fazit ist es gerade sehr schlecht, dass es so pausiert, weil ich glaube, da kommt es einfach nicht rüber, was ich sagen muss. Russikalen Aussagen. Leute, ich habe alle Instrumente ausgepackt und dann habe ich sie wieder eingepackt, weil ich gemerkt habe, hier gibt es eigentlich keine ehrliche Arbeit zu verrichten für mich und ich bin froh, dass ich das gemerkt habe. Na, das ist doch ein schönes Fazit. Mensch, warum haben wir uns hier am Anfang so reingesteigert? Ja, Fritz, warum? Warum hast du dich so reingesteigert? Wolltest du da vielleicht mit Wut reingehen? Ist es vielleicht dieser Effekt, den ich auch am Anfang gefühlt habe und auf dem halben Weg dann gemerkt habe, hm? Da waren wir erst mal ein bisschen auf Konfrontation, weil wir nicht wussten, was uns erwartet. Das Video hieß Exposed, erst mal Deckung hoch. So ein Ding war das, ne? Erst mal Deckung hoch, Gegner ein bisschen auf Abstand halten, auch mal bapp, in die Augen rein. Danke, Fritz. Danke. Aber es gab keinen Exposed, ne? Irgendwie, oder? Ja, weil ich glaube, dass mein Kompass da noch funktioniert. Kapitel 4, Fazit, jetzt. Also, wer hätte es gedacht, ne? Gegen Ende des Jahres noch mal was Versöhnliches von mir. Aber ich muss mich dann doch fragen, wollte ich unbedingt einen Haken an diesem Projekt finden, als ich mich da entschlossen hatte, dann doch ein Video zu machen? Klar, ja. War ja die Mission. Mein Designer, der hat das mal als Bluthund-Recherche beschrieben, dass ich mich in so ein Thema so lange verbeiße, bis es erlegt ist. Seven vs. One. Oder du verbeißt dich so lange in ein Thema, weil du unbedingt willst, dass du irgendwo Dreck am Stecken findest und dann suchst du so lange, bis du irgendwas findest und reininterpretierst und sagst, ach, guck mal, hier, da haben wir was. Das ist basically das, was ich gesagt habe. Danke. Danke für die Zusammenfassung. Er hat Exposed, dass es kein Exposed gibt. Stimmt, das ist eigentlich das Fazit, ne? Weil das war nicht das erste Thema, bei dem ich die Fährte verloren habe. Aber das ist das erste Mal, wo ich für mich selbst eingestehen musste, dass das tatsächlich hätte schief gehen können. Bin ich einfach nur neidisch auf das, was das Team hier erreicht hat? Nein. Das ist immer der deutsche Reflex dieser Frage, ne? Es gibt in Deutschland nur destruktiven Neid. Ich bin aber eher für konstruktiven Neid, ne? Da gibt es so dieses, dieses Konzept von weißem und schwarzem Neid. Will ich jetzt gar nicht weiter ausführen. Konstruktiver Neid ist... Darf man bestimmt auch wieder nicht sagen, ne? weißer Neid und schwarzer Neid... Aaaaaaah! Schwarzer Neid ist wieder wegen Farbe, bla bla, auch alles wieder verboten. Darf man nicht mehr. Und das ist eine typisch Sachsen-Anhaltische Reaktion auf das Wort schwarz. Ein Vorbild nehmen und dem nacheifern. Weil man nämlich gesehen hat, das ist geil, aber das nicht negativ für sich belastend aufgenommen hat, sondern als Vorbild. Und vielleicht inspiriert diese Sendung ja auch wieder mehr Leute dazu eigenen Content zu produzieren. Und ich sag's euch, sobald ich mein Team entsprechend aufgestellt habe und die Finanzen stabil sind und es geht da sehr gut voran mittlerweile, werde ich auch anfangen, das ein oder andere extravagante Projekt zu starten. Und ich hab für nächstes Jahr sogar schon eins auf dem Zettel. Vielleicht mal kurz in meinen Kopf rein. Ich glaube, mein Problem ist, dass ich bei so richtig erfolgreichen Mainstream-Produkten immer denke, da muss doch was faul sein. Da steckt doch was dahinter. Und damit also das quasi auch so beispielhaft für den Umgang einiger Journalisten mit solchen Themen, die dann aber nicht den Schritt zurücktreten und sagen, Moment, nee, keine Ahnung, das kann man so nicht machen. Liegt man auch meistens richtig, aber in diesem Fall kann ich tatsächlich einfach nur sagen, Respekt vor dieser Arbeit. Dankeschön. Aber vielleicht das nächste Mal irgendwo ihr es ein bisschen besser unter Kontrolle habt. Denn ich glaube, ehrlich gesagt, dass es eine dritte Staffel auf jeden Fall geben wird. Und ich glaube auch, dass man bis dahin sehr viel dazugelernt hat. Und wie sagt man doch so schön, wenn ziemlich viel schief ging, aber man irgendwie mit Hängen und Würgen durchgekommen ist. Wir hatten eine steile Lernkurve. Und die hatte ich mit diesem Thema auch. Deswegen wollte ich meine Reflexion auch mal mit euch teilen. Das war jetzt mal ein Einblick in meine Gedankengänge, die ich so habe, wenn ich so ein Video vorbereite. Und ich hoffe, dass ihr es vielleicht ein bisschen spannend fandet. Es ist wichtig, dass ich und meine journalistischen Kollegen sich immer bewusst sind, wann sie sich zu krass in so ein Thema oder in eine Auslegung verbeißen und deshalb nicht mehr nach links oder rechts gucken können. So ein Bluthund, der verfällt irgendwann einfach in den Rausch und muss dann auch mal losgerissen werden. Und in diesem Sinne, So ein Bluthund braucht auch mal Liebe. Du musst so ein Bluthund auch mal in den Arm nehmen. Richtig. Richtig, Fritz. Richtig. Dankeschön, dass du es noch mal so sagst. Bisschen streichen. Mann, Kuss auf die Stirn. So. Ja? Ich lecke deine Leber, Bruder. Frohe Weihnachten. Hat Fritz Meineke jetzt meine Leber geleckt? Und das nach Weihnachten? Da sind wir wieder bei Toxizität, ja? Sich verbeißende Bluthund und Weihnachten, Alex, du bist geisteskrank. Falls ihr das interessant fandet, diesen Blick hinter die Kulissen, falls ihr meine Perspektive verstehen könnt oder falls ihr eine komplett andere Meinung habt, schreibt es mir gerne unten in die Kommentare. Das war es dann erstmal von mir ein bisschen gediegener und weniger angriffslustig. Ein bisschen Weihnachtsfrieden von mir, ne? Wie damals im Ersten Weltkrieg in den Schützengräben. Was? Auch von mir an dieser Stelle etwas versöhnlicher. Weihnachtsfrieden. Kennt ihr das, kennt ihr das Thema? Das ist zu Heiligabend war es, glaube ich. Oder war es am 25? Ich glaube Heiligabend, dass die verfeindeten Seiten quasi aufeinander zugekommen sind und Weihnachten zusammen gefeiert haben. Dazu gehört aber auch, dass sie sich danach wieder umgebracht haben. Es ist schon, es ist alles schon ganz schön schlimm. Tja, ich wünsche euch schöne Feiertage. Bis denn, Tschüssikowski. Äh, ja. Okay. Daumen nach oben. War ja doch hier ein sehr positives Video. Ich dachte, es gibt die komplette Zerstörung. Irgendwie habe ich mich auch ein bisschen darauf gefreut. Ähm, aber Fazit war anscheinend doch gar nicht mal so scheiße alles. Er hat sich drauf gefreut. Müssen wir da einfach mal gucken, wie das dann mit der nächsten Staffel ist. Da kann ich mich ja mal anderweitig vorbereiten, wenn er unbedingt diese Zerstörung haben möchte. Kann man, kann man sicherlich einrichten. Ne, also freut mich, dass es am Ende dann doch irgendwie, ähm, so ein bisschen rübergekommen ist. Ich weiß nicht. Also wie gesagt, würde mich mal interessieren, was sagt ihr? War es einfach zu anspruchsvoll oder zu, zu Meta oder woran liegt es? Wieso hat man mich jetzt schon wieder nicht verstanden? Helft mir, bitte. Ansonsten würde ich sagen, vielen lieben Dank für eure Aufmerksamkeit. Falls ihr ansonsten Themenvorschläge habt, ne, jetzt sind wir ja ganz genau noch mal drauf eingegangen, mit welchen Themen ich mich normalerweise beschäftige. Schreibt mir das gerne in die Kommentare. Lasst uns ein bisschen drüber schnacken. Und ansonsten wünsche ich euch einfach einen super guten Start ins nächste Jahr. Ich weiß jetzt nicht, wann ihr dieses Video seht und ich weiß noch nicht, wann es rauskommt, aber es wird ja irgendwann jetzt mal Silvester sein, nicht wahr? Muss ja endlich mal vorbei sein 2022. Macht's gut, ihr Lieben. Habt eine schöne Zeit. Bis denne.